hey was geht ab das ist die bastelnacht auf die jeder wacht ein wunderschönen abend hallöchen herzlich willkommen zur spaß was start der pack nach der star so pack mal den kaffee da rein wie geht's euch was ist los guten abend und der 47 weltklasse dank der street live für die 100 bits ein wunderschönen abend ramgaragma der cyberdust die fritzbox der frederick der da playa der alpha heroes am start der küo hallöchen wogees wurzel bummelbart kalle td 2020 der lt fland 76 holy guacamole tando erstmal fünfzehn stunden imiksatz pre show in voller länge einspülen kaffee muss sein rülps vollgefressen geht's mir weltklasse grüß dich retro brava danke dir für den pribe sub danke für den neuen hallöchen kmillu servus guten abend dem wunschchen syski danke dir für 38 ich ja unfassbar hand hier danke schön welche besucht kommt schon das geld vor die füße geschmissen so läuft das hier ja erstmal bezahlen dann gibt es die sendung ganz einfach geben nehmen und vielleicht willkommen ein wunderschönen big daddy big bad andy so herum richtig was los heute ja das hoffen wir doch wohl ne peace inside coin dennoch wunderschönen abend hallo bossi danke für den prime sub very nice so ich habe hier auch ich sehe was silbern ist ja ich habe den auch gerade wieder dahingestellt nachdem er jetzt die ganze woche woanders drauf stand und dann mal hier stand dann mal da stand oder habe ich einiges installiert oder so runtergeladen wie auch immer spannend der hype train kommt danke dem oft ist auch für die 500 grüße geil thanks mate ist das das fractal terror richtig das ist korrekt das ist das fractal terror 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 missou so nachdem mir die eine pny sd karte gestorben ist beim fotografieren hallo hallo ist mir die zweite auch gestorben beim bespielen mit hallo mit cube isos gamecube isos ich dachte mir hey jo ne die erste hat sich ja so gut geschlagen also es sind es sind es sind zwei karten hier so ne zwei beide dead beide tot ähm cool im august letzten jahres gekauft ja da dachteste pn y das ist so ein hersteller der vielleicht so ein bisschen auf seine qualität achtet aber anscheinend hat das nicht ganz so geklappt die waren schon die waren schon beim knipsen so ein bisschen auffällig dass die performance mal so ein bisschen hadrig war aber letzten endes habe ich zehn fotos verloren oder so und halt ein bisschen zeit ähm zum glück muss man sagen war die eine karte zwar mit 2000 fotos voll aber zum glück habe ich die quasi männliche intuition hatte ich dir kurz zuvor gesichert what a piece of shit wer war das danny crane danke dir für 6 months weltklasse leves nori bei einer neuen installation wie gehst du da vor also installierst du dein privat pc mit dem windows konto oder installierst du dein system ohne microsoft konto ich hoffe du verstehst meine frage ich nutze das microsoft konto weil ich nutze auch one drive und ich will auch aus dem store gut ich weiß nicht ob man aus dem store laden kann wenn man kein windows hat äh ich nutze auch aus dem store quasi dingens oh er will hier updates machen soll er mal updates machen ähm den av1 encoder zum beispiel decoder nicht encoder decoder de decoder de decodo de decodo die sichern ist die ist die st karte gestorben ja schnelle sandes karten ich habe zuerst lexa gekauft als es losgegen mit der systemfotografie und die habe ich auch noch im einsatz aber dann sind die haben die kameras ja liebe gemacht und sind immer mehr geworden und dann musste man halt gucken wo man bleibt und hallo danny danke danny danny dank für die geschenkstabs holigurkamoly danke für die unterstützung mann nichts mehr machen das ist immer so das triggert im hirn immer komplett aussetzer hallo timeliner grüß dich pünktlich zu feierabend die bastelnacht wdm2 ja weltklasse wo war ich gerade ja lexa habe ich da dachte ich mir aber gibt vom speed her gibt es halt noch schnellere weil ich mit meiner xs 10 halt auch eine schöne serienfotografie machen wollte nachdem ich festgestellt habe dass die xs mit meiner xs 20 schöne serienfotografie machen wollte die xs 10 die hatte ja nur irgendwie ein uhrs 1 slot wie ich im nachgang da festgestellt habe aber die xs 20 kann halt uhrs 2 speed und da dachte ich mir holen sie ein paar schnelle karten und die pnys waren tatsächlich relativ günstig für etwas über 60 euro das stück für 256 gigabyte ist es wirklich tipptopp die lexas sind halt nicht ganz so schnell die haben irgendwie diesen 1667 fach speed man geht ja immer noch von einfach single speed cd rom speed aus oder sowas die sind auch schnell aber geht halt noch schneller und deshalb hatte ich mir die geholt naja ich musste dreimal amazon anschreiben bevor das dann funktioniert hat eigentlich war schon eine ersatzlieferung von einer karte unterwegs zu mir und die ist dann nicht angekommen die wurde dann vermisst gemeldet und dann habe ich dann zweimal hinterher schreiben müssen um zu verifizieren dass ich dann ersatz bekomme oder halt eine erstattung und dann habe ich mir okay erstattung wunderbar ja sandisk habe ich auch zuvor immer geholt als noch camcorder die haupt das haupt einsatzgebiet immer waren und so fertig gericht ich danke dir für drei und alpha hero thanks mate das heißt heiß die haben ja auch die haben auch vom hersteller fünf jahre garantie glaube ich sogar aber amazon ist dann natürlich dann auch relativ schnell eingesprungen alpha hero danke mein thanks 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 for for howling it in the round da kann ich mir gleich eine windows lizenz leisten für das gerät hier ja der beim zweiten mal reklamieren war dann auch so ja ich mache dann eine erstattung fertig der hat dann auch gar nicht mehr nachgefragt nachdem der eine quasi nichts gemacht hat mit dem ich gechattet habe da habe ich mir alles klar erstattung wunderbar kriegt denn da auch gleich haben sie noch eine frage ja kriegt denn da gleich auch eine message oder sehe ich das bei mir im dashboard ja kommt dann gleich 10 15 minuten ist okay cool danke so kohle zurück und jetzt habe ich ergo habe ich jetzt für mehr geld pro karte nur die hälfte der kapazität aber dafür theoretisch noch mehr speed und hoffentlich stabiler ich weiß hey yo ist jetzt auch keine sandisk oder kingston oder sonst was aber man weiß halt auch nicht so genau wem man vertrauen soll habe ich jetzt hier a data geholt ach come on alle gesichter verstecken sich der schmerz versteckt dich cracky versteckt dich 128 gig 2 stück reicht eigentlich auch 128 gigabyte keine ahnung mal abwarten aber die hat jetzt das stück fast 20 euro mehr gekostet für die hälfte der kapazität aber ja lasse mal google ne lasse mal google cool also wir haben ja hier unseren äh das war der schmerz morfti danke für 1000 kampfkauz du crazy dude da wenn man hier streamt da hat man das gefühl man bekommt tatsächlich mal was zurück was hat der original so gesagt das gefühl hatte man damals aber auch heiligsblechle freunde ja lassen sie mal die kirche im dorf ich danke euch für die unterstützung bestimmt schon 40 mal gekauft mal gucken was die a data sagt mal gucken was a data sagt ich finde die sd karten schick weil hier ne einfach was ist das für eine sd karte da ist kein mensch mehr hinter komm stell einfach die karte scharf ist einfach das ist die 1 2 8 vielen dank kampfkauz danke mister paranoid für die bits und danke natürlich mal auf die software die bits und nochmal dankeschön alpha hero ihr verrückten verrückten dudes 128. Ihr seid ja alle crazy money. Ah ja, absolut money. Drucken money hier. Wir haben ja Tomb Raider gespielt die Woche. So, einmal. Bisschen noch gelightroomed. Ich habe mich ein bisschen über die Grafikfehler unter den Bögen geärgert, aber die konnte ich dann auch nicht wirklich rausretuschieren. This is the first sight of my life. And that's the other one. That's the Midas picture. Das gefällt mir noch ein Ticken besser. Aber ja, gut geworden. Cool, ne? Tadaa. DIN A3. Blub, 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 blub. Jetzt brauche ich mir nur Platz für so einen Wechselbilderrahmen noch hier im Zimmer. Ja, doppelseitig, ja. Das ist das Ilford Premium Matte Duo, oder wie das heißt. Mir das schaut sehr gut aus, ne? Ja. Es war schwierig, das Gold zu bewahren. Um Soft Proof. Weil es halt auch so schnell dann komplett weiß geworden wäre, ne? Das war halt immer so... Ah, da. Unlock your Performance. Unlock your Labra Croft. Das war so ein Spiel mit dem Teufel. Aber ich denke, wir haben es sehr gut hingekriegt. Hier habe ich einen leichten Film Grain draufgelegt. Ein leichtes Korn. Leichtes Korn haben wir hinzugefügt. Das hier habe ich quasi pure gelassen. Bitte die Auflösung... Die Druckauflösung kann schon was. Ich weiß nicht, was das für ein lila Schimmer hinter ihr ist. Keine Ahnung, ob das auf dem Bild so war. Fällt mir gerade auf. Ob das ein kleiner Printing-Error ist, wegen der hellen Flächen und dem anderen dahinter, müsste man mal verifizieren. Oder vielleicht habe ich da Bockmist gebaut in der Fotobearbeitung. Wäre nicht das erste Mal. Notchill! Danke für die tollen Streams! Endorphie ARX 700 ARGB geholt. Mega überrascht, positiv begeistert. Ja, freut mich Notchill. Danke dir für die Unterstützung. Wuppiliwupp. Leichtes Doppelkorn. Okay, würdest du sagen, ist das Geld wert? Die Remaster? Ja, ist mein Ding. Also, ist genau mein Ding. Ja, Filmkorn ist ganz cool. Muss nicht immer sein, ne? Aber... Leicht. Ganz leichtes Filmkorn. Ist nur ganz leicht. Ganz nuancig. Weil die Hand vorne ist halt texturmäßig... Also, die große Midas-Hand, auf der sie stirbt, die ist halt texturmäßig jetzt nicht so überragend. Und dann macht das Korn da eine schöne Struktur rein. Wisst ihr, was ich meine? Das leichte... Das leichte Korn! Lara ist begeistert. Das war mein Pflichtdruck für die Woche. Weil... Muss! Der Gargoyle so von unten, ja. Der Wasserspeier. Korn, Bier, Schnaps und Wein. Ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Haben noch ein Korn da, wenn du Bock hast. Kampfkauz, hey ho, grüß dich. Vielen lieben Dank, du crazy Dude. Cracky kann Tomb Raider Remaster genauso mit Tastatur spielen wie früher. Cracky glücklich. Easy. Easy win. Easy win. Und Lara auf Japanisch, wenn du bedürftig bist. Ich hätte ältere Hardware für dich zum Bescheren. Wohin muss ich mich melden? Ich bin leider voll. Das ist das große Problem. Das ist mein großes Problem. Daher würde ich um vorher Kontaktaufnahme und Spraucheradressen, Fotos und Zeug. Also ich würde gerne vorher wissen, um was es sich dabei handelt. Und dann möchte ich gerne sagen, ob ja, kriege ich irgendwo noch reingequetscht oder ne, wird wohl nichts. Kann der Gerät heute nicht zusammenbauen, weil Lüfter nicht geliefert wurde? Nein, musst du mit Handauflegen verbrennen. Die Möglichkeit, das alte Game auf neuer Hardware ohne Probleme spielen, ist einfach klasse. Ja, das ist schön. Das ist in der Tat auch ganz Türfte, weil es ist halt richtig gemacht. Nicht so dieser lieblose vorherige Port, den es auf Steam gab mit DOSBox und 1600er Auflösung und alles irgendwie merkwürdig und stretched und halt nur die 3DFX Version. Und Open Lara hört sich irgendwie widerlich an. Aber das Remastered, das ist schon eine tolle Angelegenheit. Superschön. Genau richtig. Genau der richtige Fanservice, den man sich wünschen kann. Da habe ich dir einen Geizheitslink zukommen lassen, habe mir ein paar Sachen rausgesucht, aber auch eine Fachmeinung, ob das okay ist oder völlig falsch. Das darfst du gerne machen. Du kannst aber auch sehr gerne bei uns auf dem Discord im Tech Talk Channel kannst du dich auch fachmännisch unterstützen lassen. Eigentlich sind da sehr schlaue Menschen unterwegs, fachmännische Menschen, die Plan haben und wissen, was sinnig ist zusammen. Und halt auch noch die richtigen Fragen stellen. Vielleicht lieber mit Hand auflegen kühlen, ja. Außer halt irgendwas, irgendwas massives. Bügeleisen. Cracky, es könnte ein gutes Video zu Bios Heidi kommen. Ob ich Unterstützung bekomme, dann wird es richtig gut, sonst versuche ich es. Du brauchst eine Unterstützung für Bios Heidi. Deine Welt ist das Abflussrohr. Red Tripper geht nur mit Custom Loop. Den haben wir aber gerade damals sehr entspannt Luft gekühlt. Also, das geht alles. Das geht alles. Fangen wir irgendwo an hier? Wollen wir irgendwie mal was machen? Wir haben ja den 8700G am Start und wir müssen halt mal gucken, ob wir hier... Haben wir hier schon was zu Benchmarken drauf? Capframe X scheint noch nicht gelandet zu sein. Wir werden landen im Landen. Wir stellen mal so ein paar Balken oder so, habe ich mir heute gedacht. Und wir können es dann auch mal schneller ran probieren und so Geschichten. Einfach mal schauen, was da so kommt. Ja, ich werde zusehen, ob ich da die Möglichkeit habe, morgen im Verlauf des Tages oder nächste Woche reinzuschnuppern und dann gebe ich dir mal ein grünes Däumchen oder so. Schneller geht es auf jeden Fall auf dem Discord. So, Capframe X gibt es bestimmt schon wieder ein neues Ding, aber ich habe das Overlayer hier gesaved. AMD, APU und kein Distance. Ja, gut. Hast du recht. Hast du recht, ja. Aber gut, also Distance hat ja auch der G200 schon gewuppt, ne? Capframe X hat auch wieder einen wunderschönen Tweet abgesetzt, mit dem er ein bisschen AMD bäschen kann. Schlechte Performance über InHorizon, Forbidden West. Er lässt auch keine Gelegenheit aus. Aber das Tool ist ganz cool. Aber es ist schon auffällig. Es ist schon auffällig, wie immer AMD einen auf den Sack kriegt. Moin AMD Ryzen Power, was geht ab? Ich hatte gehofft, dass der Ton von Tomb Raider 1 die Qualität von Tomb Raider 2 bekommen würde. Ist die Qualität in Tomb Raider 2 denn besser? Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es hat sich alles anders angehört. Also es hört sich halt anders an. Vielleicht. Aha. Das hätten sie überall reinpatchen können. Da wäre ich dabei. Aber ansonsten finde ich es schon... Kann ich mich sehr gut damit arrangieren, dass es so geblieben ist, wie es ist. Chips und Cheese futtern. Lass es dir schmecken. Aber gut. Jeder kann da so seine Ansprüche haben. Ich bin halt einfach happy. Ich finde es sieht toll aus. Ich finde, dass das Spielermodell von Lara ist einfach klasse getroffen. Einfach top. Und das reicht dann schon. Zack, fertig. Ja, das Abrollgeräusch aus 2 war kacke, ne? Richtig. Das hat sich ja angehört wie... Wie keine Ahnung. Wie... Wie so ein Kunststofffass oder so. Also das hat sich nicht gut angehört. Das war im ersten wesentlich... Da war der im ersten der Sound wesentlich cooler. Dieses brr brr brr. Das ist ja Käse da. Sorry, wo... Warum erstellst du hier keinen Config Ordner mehr? Das hast du früher einmal gemacht. Jetzt stehe ich immer voll auf dem Schlauch, wie ich... Wie ich... Wo ich hier hin muss. Verstehe ich nicht. Ich habe mich nie geschwört. Ja, aber es ist halt schon... Ja, es ist halt schon... Interessant. Es ist halt schon anders. So. Speichern. You don't save it. Speicherst du das jetzt nicht irgendwo dahin so? Wo sind die JSON-Dinger? Where did Jason go? Kein Jason da. Ach, Jason Bourne, ey. Wo sind die denn? Hat der das jetzt irgendwie anders ausgelegt? Ich verstehe nicht. Laden kann man... Achso, da kann man die Konfiguration zu einer anderen Config rüber saven. Und man kann halt hier jetzt auch nichts laden, ne? Resize bar ist öff. What? Gleich aktivieren. Appdater. Echt sind die jetzt in der Appdater drin? Dann hat er das aber neu gemacht. Gucken wir gleich mal. Ich habe ja die Einstellung schon geändert und gespeichert. Was kann man für eine 2060 Super noch verlangen? Joa, ne? Ich würde gerne verlangen, dass ich auch ein Bild auf meinem Monitor habe, aber das habe ich nicht. Das kriegt die APU irgendwie nicht hin. Ja, 100 Minimum. 150 oder so. So, wie war das hier? Resize bar ist aber enabled. Dann kann die integrierte Grafik das nicht. Grafik ist toll, aber der Töne hört sich mehr dumpfer an als in den Nachfolgeteilen. Gerade die deutsche Synchro hört sich sauberer an. Ja. Aber gut, wenn du halt kein besseres Source-Material mehr hast, das Neuvertonen hätte sicherlich den einen oder anderen vergrault. Weil die Stimme war ja auch eine andere im ersten Teil. Glaub ich, oder? Ist die Stimme von 1 zu 2 geändert? Ich meine ja. Und insofern sort jeder Teil seine Eigenheiten. KI kann nicht immer helfen. Es ist tatsächlich App-Data. Alright. Alright. Dankeschön. So. App-Data-Data-Style. Jimbo. Hast du eine Windows 95 Boot-Scale rausgelegt? Dark Mode? For what? Ich habe das Windows nicht mehr aktiviert. Ist doch noch nicht so spät. Ihr überlebt das. Ist halt alles hell hier bei mir. Das ist halt der große... Ihr müsst halt auch Deckenstrahler und alles anmachen. Dann ist das harmonisch. Kann man entspannt die Bastille nachgucken. So. Was ist denn jetzt das, was wir haben wollen? Ist das das hier? Framerate, Frametime. Mit Graph. Ich glaube ja. So. Wie viele Runs wollen wir? Capture. Three Runs. Perzentile. Page Up. F9. Ne, F9. Es laden bei Tomb Raider. Das Auto ruft. Äh. 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 Probieren wir zwar mit F10. Wobei, da kann sicherlich immer was passieren. 60 Sekunden Timer. Steuerung, Circumflex. Boah, da brauchen wir zwei Hände für. Hast du im Auto genug Sprit für den Arbeitsweg oder wirst du die letzten 300 Meter rollen? Wird schwierig. Klappt nicht. Dafür haben die hier viel zu viele Berge. Kontroll Öhm. Oh Gott. No process detected. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass der Circumflex unter Escape ist. Aber es gibt auch eine Steuerungstaste auf der rechten Seite. Der 8000er kostet schon eine Stange Geld. Dann soll der auch mal abliefern hier, ne? So sieht es nämlich aus. Ähm. Keine Ahnung. Gucken wir mal, ob er uns hier reinlässt. Er lässt uns rein. Wahnsinn. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Ah, da sind ACC Benchmarks. Das ist ja toll. Aber das sind komische Benchmarks. Porsche 911. Caps Bar. Aha, aha. Ferrari Evo Brands Hatch. Mhm. 14. Das ist ja... Caps Porsche. Was zur Hölle ist das? Das wäre ACC. Ich füge den mal hier ein. Wo kommen die denn nun wieder her? Das war Stream Archiv oder was? Race Room Replays. Die Spritze. Sprit Anmoderation. Hahaha. Brands Hatch Indie Sprit, Mann. Ja. Ich hatte zuerst das falsche Brands Hatch. Replay. Können sie natürlich das klassische Replay benutzen. Was glaube ich auf dem Stick ist. Das können wir auch bei ACC benutzen, ne? Das ist schon sehr CPU-intensiv. Guck mal, das hier wären die beiden. Das hier sind die Klassiker. Mann, ist das dick, das ACC Replay. Escape, wenn man so eine krüppelige Mini-Tastatur hat. Ja, dann drückst du gleichzeitig Escape und dann vergleichst du die APU-Grafik zwischen 5,7G und 8,7G. Ich habe leider keine Daten zum 5,7G. Ich weiß nur, dass der 5,7G eher ernüchternd war. Seiner Zeit. Also, der 2,4G, der war damals, yo, das war, das war Surprise Mother Beep. Das war richtig krass. Ähm. Aber eher hier, ja. Ich glaube, wir machen erstmal so einen kleinen, so einen kleinen, machen wir so eine kleine Bestandsaufnahme. Wir können ja auch mal einen integrierten Benchmark benutzen. Das beißt sich ja auch keinen, keinen, keinen Krümel von der Backe weg. So, was machen wir hier? Wir nehmen Vulcan, oder? Full-HD-Auflösung. Gibt's hier keine Presets. Doch hier, Preset hoch. Exklusives Vollbild. Nix mit HDR. Vulcan Baby. Strange Brigade. Ist ein sehr unterhaltsames Spiel eigentlich. Gab's damals eine Grafikkarte dazu? Ich weiß nicht mehr welche es war. War das mit den Vega 64 Karten? Kann sein. Ich weiß es nicht mehr. War es die RX-570? 8,7G with Radeon Graphics. Da kann man ja die GPU Info schon mal rausstreichen. We don't need the GPU Info. So. Come on. Show the main window. Yes please. Overlay. The GPU name. We kill it. We kill the GPU name. So. There we are. Let's do a benchmark. Erstmal a benchmark. Der gilt erstmal noch nicht. Hinweis, neues UEFI fürs Motherboard. Oh no. Oh no. Schon wieder BIOS Updates. Und was haben die da gemacht? Okay. Wir sind Full HD 1080p. Ja. 50 FPS ist schon ganz geil. Natürlich böses Tearing jetzt. Hier sind wir sogar, in der Schlucht sind wir sogar nahe der 60. Wie gesagt, hat natürlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel das Game. Stromverbrauch 100 Watt oder wie sehe ich den? 100 Watt. Hopp. Wer bist du denn? Wie schnell läuft der RAM? Der läuft mit 5200 Megatransfers. Der Encoder schreit. Hilfe. Ja. Ich habe Dschungel. Durchschnitts FPS 49. Very nice. Let's do it again. RAM ist erstmal entsprechend der Vorgaben von AMD, weil stabile Systeme... Mein Hauptsystem hat schon wieder die Performance in Premiere und Lightroom vergessen. Also wenn ich Premiere und Lightroom mache, alles ruckelt. Jeder Handgriff da drin ruckelt. Die Rändergeschwindigkeit war völlig normal, aber die Handgriffe in dem Programm sind eine Katastrophe. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben Strange Brigades, Dark Control, Assassin's Creed Odyssey damals mit Vega und Polaris. Dann wird das das wohl gewesen sein. Alle drei TG? Hm. Okay. Die anderen beiden kann ich mich nie erinnern. 49, es bleibt dabei. 49. Okay. Also da jetzt Cap-Frame zu benutzen, um Max-FPS und Low-FPS zu benutzen oder so, macht jetzt keinen Sinn. Wir können einmal auf die Android X12 wechseln und schauen, ob sich da irgendwas ändert. Performance-mäßig. Schmei-da-da-da-da-da-da-da-da-da-das. Müsste aber sehr gleich sein bei dem Titel. Schlagi! Ja, guten Abend! Moin! Ich habe einen TV-PC gebaut mit dem 5,6G. Leider waren 4K 120Hz nicht drin wegen dem HDMI oder so. Musste dann eine 6,6er einbauen. Ja. Just Candy! Vielen Dank für den Support! Danke dir für 3! Herr Lope, guten Abend! So. Später musste man auswählen. Da gab es dann Resident Evil 2 sowas alles. Zu viele Spiele abgestopft von AMD, dass ich nicht mehr genau weiß. Ich glaube dann war es eher Resi 2 und das hier, aber irgendwie war Resi 2 viel später. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht erinnern. Knurru, ich grüße dich. Ich muss mal Wasser trinken. Ich habe heute den ganzen Tag schon zu wenig Wasser getrunken. Prost! Es gibt keine 16GB DDR5-Kids mehr. Ne, ich glaube das ist ziemlich... Also mit Speed glaube ich nicht, ne? Ich glaube die DX12 Performance sieht tatsächlich etwas besser aus. In dem Fall. Oder? Gucken wir jetzt gleich auf diesem offenen Feld. Da hat man so einen Drop auf 30. Ist die APU für Full HD wirklich ausreichend? Ja, versuchen wir herauszufinden. Das versuchen wir herauszufinden, wie das geht. Alternativ kann man sich natürlich auch die richtigen CPUs und GPUs von AMD holen. Wie sie gerade Bild in Bild feststellen können. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, Außerverzeichen AMD. Sacred Spirit. Guck mal hier, 4 FPS mehr. Das geschulte Auge hat es gesehen. Da waren gerade 19,33 FPS. Wirklich wahr. Guck, wir machen noch einen. Und dann ist aber auch gut. Dann ist auch genutztes Range-Begerät für jetzt. Modul für Phoenix 8X wurde auf erhöht. Also gab es Änderungen für deine CPU. Nein! Na gut, komm, dann machen wir halt. Dann machen wir halt BIOS-Update. 100 Watt ist schon eine Ansage. Echt ey. Und Tomb Raider Remastered können wir fluffig in 4K mit 60 FPS mit 50 Watt spielen. Ha! Gut, da hat die CPU nichts zu tun. Hier hat die CPU etwas zu tun. Aber auch nicht so richtig. Gut, dass die APU schnellen RAM liebt, das steht ja alles außer Frage. Das ist ja mal ganz klar. Ich habe den Corsair 7000er hier. Ich habe ihn zweimal komplett durch den MEM-Test gejagt. Einmal ist er fehlerfrei durchgegangen. Beim zweiten Mal hat er zwei einzelne Fehler beim Hämmer-Test gemacht. Wobei da auch ein Orangener Warn-Test stand, dass der Hämmer-Test bei hohen Frequenzen anfällig sein kann. Also, wir haben das 7000er-Kit in der Hinterhand. So, dann müssen wir dann gleich nochmal Strange Begrade Benchmarken, bevor wir jetzt die BIOS Maya auspacken, wenn ich sie denn finde. Wo habe ich sie hingetan? Ich hatte heute die BIOS Maya im Einsatz, denn ich habe heute meinem Sohnemann seinen PC geupgradet. Er war so daran interessiert, dass ich es beinahe nicht gemacht hätte. Aber interessant. Konnte sich einer von euch daran erinnern, dass mein Datenrettungssystem beim letzten Mal abklemmen nicht mehr lief? Das Windows hat nicht gestartet. BIOS Maya, wo bist denn du? Steckst im Rechner, oder? Einfach Björn. Danke für 16. Wup wup. Dankeschön. Sehr nett. Sie sind so nett. Ich dachte, die würde hier drin stecken. Ist sie nicht? Maya, wo bist du? Liegst du vorm Aquarium? Liegst du hier? Ich habe sie gefunden. Da ist sie. Maya. Oh, jetzt habe ich sie gedroppt. Oh, ich liebe, ich liebe RAM-Angaben und sollte gehen. Es ist, äh, RAM... RAM ist ein rotes Tuch für mich. So viel Ärger, wie ich letztes Jahr mit RAM gehabt habe. Maya. Wie aus Maya ist ausgeflogen. Ich habe meinem Sohnemann nämlich eine schnellere NVMe verpasst. Äh, das hat ganz gut funktioniert. Aber ich musste erst meinen Datenretter, meinen Kloner wieder reaktivieren. Dann musste ich ein frisches Windows drauf ballern. Wie jetzt viel Rambazamba, ja. Wobei, die Videos wurden immer ganz gut geklickt, aber man konnte halt nicht mehr zum Video machen. Das ist das Problem. Ich habe schon vergessen, wie das Board hier hieß. B650 ETX. Das weiß ich noch. PG? E? Ist das ein E? Ist das das hier? Könnte sein. Sicher bin ich mir nicht. Das ist es aber. Ach, BIOS-Update. Hör, mach doch mal Fettisch, ey. Unfassbar. Was denn? Dass ich mir den Bordnamen nicht merken konnte. Mein Sohnemann ist heute gescampt worden. Steam-Account weg. Oh, das ist unfassbar. Die Namen sind doch so einfach. Ja, okay. Entschuldigung, Mutti. Mein Sohn hatte nämlich noch eine Crucial P1 als Gaming oder als SSD, ne. Und das ist ja eine berühmte mit diesen QLC-Speichermodulen. Und, äh, die war ja nie sonderlich schön und schnell und was weiß ich nicht was. Äh, und da habe ich dann einfach mal so vorher nachher Benchmarks auch gemacht. Und habe da nämlich dann mal natürlich wieder für die Wissenschaft, hab da natürlich dann mal auch wieder einen neuen Brand ausprobiert. Brands Hatch. BIOS-Update. Und zwar diese hier. Äh, natürlich bei, bei der Gehirnfabrik geshoppt. Teracle. T450. Also eine Gen 4, 2 Terabyte. Weil die P1 auch schon zu 500 Gigabyte voll war von den 1 Terabyte. Wer weiß, das Next Big Game kommt bestimmt. Irgendwann, irgendwann heißt es, ey, yo, ich will ARC spielen. Und dann hätten wir in die Röhre geschaut. Ähm. Jo, erster Test. Nach dem Klonen und tralala sah sehr, sehr gut aus. Also, über 7000 Megabyte lesen und 6, 6 schreiben. Also war schon ordentlich. Die, die P1 hatte 1, 7 beim Lesen. Beim Schreiben hatte sie 110 Megabyte. 110 Megabyte. Da ging gar nichts mehr. Was hat die gekostet? 100 Pfuffig? Die war da jetzt irgendwie im Sale. Die war irgendwie im Sale. 5 Jahre Garantie. Naja. Ich sag mal, er ist ein gutes Versuchsobjekt dafür. Cool. Sie ist leiden, wenn sie voller werden. Das ist schon krass. Langsamer als eine Festplatte, ne? Also vom reinen Datendurchsatz her. Der, der... Ich hab, ähm... Crystal Disk Mark gemacht. Mit 32 Gigabyte großen Paketen. Und das hat schon gedauert, ja. Gegebenenfalls Outcast 2 gebencht. Kann ich jetzt leider nicht mit denen. Hab ich nicht in meiner Sammlung. Leider nicht. Ja. Ich zock halt nichts Modernes. Das... Äh... Da steht da... Da, ähm... Stolper ich halt dann immer darum, wenn es darum geht, Hardware zu testen. Dann halt auch mit aktuellen Titeln. Aber wenn ich halt nichts spiele, dann... Ist das halt schwierig. Und dann die Dinger zu kaufen. Und damit... Um sie zu benchmarken. Hab ich alles mal gemacht. Aber irgendwie... Du hast noch Windows 98. Ich auch, hier. Ah ne, da läuft XP drauf tatsächlich. Aber da stand eigentlich Layla. Layla steht da gerade unten. Wir haben jetzt vor kurzem Trackmania Sunrise gespielt. Original auf Windows XP. Was empfiehlst du als kleinen Streaming PC für OBS? USB Capture Card wegen Spielekonsole. USB Capture Karten sind kriminell. Ich würde immer Einbaukarten bevorzugen. Aber kann man natürlich machen. Ähm... Kleiner Streaming PC. Vielleicht gebraucht sich ein AM4 Ryzen und ein 3 7X Schießen. Und ne kleine GeForce da rein. So ab 1050 Di wird es interessant. Zum Beispiel. Bald Outcast 2 bei Cracky. Das Spiel muss mir auch Spaß machen. Lass wir mal... Also das wäre so... Klein in Anführungszeichen. Das ist halt dann schon sehr vielfältig. Es kann auch eine kleinere CPU sein. Und das funktioniert. Aber wenn du ein OBS irgendwann mal anfängst mit einem Overlay hier. Nimm dies und das da. Dann wird es kompliziert. Dann wird es schnell kompliziert. Und dann wird es schnell leistungsmäßig kriminell. Und ähm... Daher wäre das so... Irgendwie so ein Tipp. Aber... Ja... Man hat immer von vielen gehört. Eine kleine APU von AMD. Damals 2400G oder so. Würde ich persönlich als zu schwach einstufen. Weil... Womit willst du denn rendern? Mit der integrierten Grafik? Ähm... Ähm... Der AMD-Encoder aus der Generation. Der macht halt ein brauchbares Bild in 720p. Aber das war es dann auch. Hattest du Spaß mit der Dural-Trilogie? Trotz Panzersteuerung. Ja, weil ich spiele das ja mit Tastatur. Das fühlt sich dann gar nicht an wie ein Panzer. Sondern einfach wie das Gamepad der Männer. Ich... 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 Ich liebe das Spiel so. Bestes Game. Haben da 3060Ti Gaming OC. Was kann ich da verlangen? Ist nirgelnagelneu. Ich gebe da 80€ von einem alten Prügel. Dann ist der gut bezahlt. 3060Ti. Realistisch gesehen... Äh... Du bist ja... Du verkaufst sie weiter. Realistisch gesehen... Vielleicht 200... 250... Allerhöchstens. Allerhöchstens. Als Privatverkauf, ne? Das ist das halt. Ähm... Warum verwendest du nur 5200MHz Arbeitsspeicher? Äh... Weil ich das auch in meinem Hauptsystem so mache. Nachdem ich über ein halbes Jahr einfach nur Stress hatte mit RAM. Absolutes Glück gehabt mit RAM. Egal ob das AMD oder Intel-Plattform war. Es lief nie gescheit. Immer nur Stress. Und ich habe auf diese Hardware-Konfiguration, wie sie hier gerade steht, null Einfluss. Das Paket stand einfach hier, als der Alpha-Lio nach Hause gefahren ist. Und dann habe ich es ausgepackt. Und jetzt haben wir das hier. Und warum sollte man nicht mal ein System so testen, wie der Hersteller es spezifiziert, ja? Und dann können noch so viele Leute ins Forum schreiben. Oh mein, mein, mein 6000er CL32 läuft einwandfrei. Und dann sagen die immer nur, die 6000er mit CL32. Aber was für ein RAM das dann wirklich ist, weiß auch keiner. Wahrscheinlich ist es G-Skill, äh... Flair X5 oder wie auch immer der heißt. Weiß der Geier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder CL30. Schalala. Die sind immer die gleiche Scheiße. Da dreht man sich immer im Kreis. Irgendwie habe ich jetzt schwarzes Bild. Ist das auch richtig so? Wahrscheinlich müssen wir uns neu initialisieren. Wir machen uns neu bekannt. Lohnt es sich, die in Windows integrierte Speicherdiagnose als Ergänzung oder Alternative zum Mem-Test? Oder hast du keine Erfahrung? Habe ich keine Erfahrung mit? Ich habe noch nie erlebt, dass ich die anschalten kann. Guten Abend, Cracky. Guten Abend, Jack und alle, die hier sind. Was geht denn heute so schönes? Viel Pass zusammen. Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100, Cheer 100. Vielen Dank für die Bits, Baltimore, das Scottish. Knurru, wir müssen einfach mal ein BIOS-Update machen, weil es hat sich viel getan in der letzten Zeit. Also das meine ich ganz ernst. Gerade RAM-Support-mäßig. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann einfach das Profil laden für deinen RAM und es gescheit läuft, ist schon gegeben. But I'm afraid. Das musst du überhaupt nicht sein. Das musst du überhaupt nicht sein. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Hol dir eine gescheite BIOS-Maja und dann geht's ab. Es ist viel passiert. Ich muss auch sagen, es hat sich jetzt in den letzten Monaten auch verbessert. Es ist besser geworden mit dem RAM. Aber ich bin ein gebranntes Kind. Ich bin ein absolut gebranntes Kind. Ich habe ein 13900KS hier. Der RAM-Controller ist eine Krücke. 7000er RAM. Dann habe ich ein 12900KF hier. Genauso toll funktioniert. Und bei ARM5 war es auch immer Katastrophe. Kannst aber auf Deutsch mit mir reden. Ein USB-Stick. Wunderschönen USB-Stick bräuchten wir. So, jetzt haben wir ein BIOS-Update gemacht, haben das BIOS nicht eingestellt. Willkommen in unserer Welt. Ich habe noch einen Ohrwurm von der wunderschönen USB-Stick. Kannst du bieten. Das ist doch cool, man. Dann brauchst du noch ein Handy, mit dem man Bilder machen kann. Einfach benchmarken halt. Ja, ätzend. Geht mir schon auf... Ich komme nicht mal ins BIOS rein, weil das Ding zu schnell ist. AMD, was habt ihr da gemacht? Intel geht immer mindestens 6 GHz und 8000er RAM. Muss man auch wissen, oder? Ja. Du bist auch selber schuld, weil du keine Ayo benutzt. Oder eine Vakü. Jeder benutzt eine Ayo, weil es sieht halt viel besser aus. Muss man wissen. Hält auch viel länger. Ich muss jetzt dran denken. Meine Schwester upgradet jetzt. Und die hat noch den Noctua N-H-U-9-S. Schieß mich tot. Das ist so ein kleiner Turm mit 90er-Lüftern. Und ihren Rechner haben wir vor... 9 Jahren gebaut? Oder so? Oder 10 Jahre? Der ist jetzt schon auf AM4. Jetzt holt sich nochmal eine dickere CPU und eine neue Grafikkarte. Hat wahrscheinlich ihre Grafikkarte kaputtgespielt mit WoW oder so. Man weiß es nicht. So. BIOS Defaults. Loaden. Und dann... Loaden wir hier mal das Profil rein. Expo 5.2. Ähm... Das ist halt auch so lustig. Dann kaufen die Leute alle so schnell einen RAM und dann wundern sie sich, dass die CPU die ganze Zeit brennt. Naja, weil halt der IO da so angeballert wird. Position Boost Overdrive. Curve Optimizer kann man tatsächlich auch mit dieser CPU machen. Spannende Sache. Spannende Sache. So. Thermal Control. Also wir können auch ein anderes Temperatur Limit für diese CPU angeben. Finde ich alles cool. Finde ich... Finde ich schön, dass diese Optionen drin sind für... Spätere Eskalationsstufen. So. Ansonsten haben wir ein BIOS Update gemacht. Das wäre, wenn der Lüfter auf Volldampf läuft. Lass ihn einfach mal auf Standard laufen. Da kann doch ein bisschen Lärm machen. Das gibt immer schöne Themen für den Chat. Wenn man den Lüfter hört. Kannst du in meinem Song reinhören? Ich entsinne mich, dass du etwas härtere Musik hörst. Hehehehe. Aber jetzt! Nachher krieg ich einen auf den Sack. Quark. Schmerz, da-da-da-da-da-das. Schmerz, da-da-da-da-das. Schnell im DDR5 drin bin ich auch eingefallen. Da hatte G-Scare Trident, Zineo, DDR5 Expo. Ach Quark. Jaaaa! Ich speicher mir den Link auf dem Desktop. Soundcloud dann musst du nächste Woche oder guckst du mal bei Tomb Raider mit rein am Mittwoch und dann sag ich dir ob es ein Banger war Wir haben gleich 23 Uhr und es ist noch nichts passiert Scheiße Oh nein, warum nur Warum So Wenn wir jetzt nicht mindestens 59 FPS haben anstatt 53 Dann Dann Kehricht Also geht der Stream heute doch bis zum Formel 1 Start Achso, ist es morgens früh, ne? Geil Ich hab doch Capframe gestartet War ich zu schnell für Forza Tango I launched Capframe, but Capframe doesn't launch me Capframe, hallo Du brauchst einen Riva-Tuner Du brauchst noch den Riva-Fisch Warum hast du den Riva-Fisch nicht gestartet? Siehst du, da haben wir schon die ersten RAM-Probleme Der Riva-Fisch hat sich nicht mit gestartet Welche GPU braucht man für Drillogy Hab nur eine betagte RX-66 Für Drillogy Für die Trilogie Kannste, 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 glaube ich Per Hirnschmalz rendern Das ist sehr genügsam zum Glück Capframe hooked nicht Hucken Sie mal Hat er nicht erkannt, ne? Normal haben sie doch gehuckt Huckst du weiter jetzt? Boah, Strähnenspiegret 100 Mal gestreamt Ne, wirklich, also Die Trilogy läuft super gut Dein Toaster geht Durchaus, ja RX-66 Ist überhaupt kein, überhaupt kein Stretch Warum kommt das Overlay nicht? Hat hier irgendwer die 5 gedrückt? Ja, irgendwer hat die 5 gedrückt So, Horde Normales Gameplay wäre natürlich schon am schönsten Aber ich bin einfach lazy Und benutze hier die integrierte Benchmark-Funktion Da wollte ich ja was Ja, ich bin unglaublich Ich bin da unglaublich hinterher Ich habe auch mal irgendwann Irgendwo in einem Stream Ein Lenkrad angeboten Zum Verschenken Und irgendwer hat sich, glaube ich, gemeldet Und dann habe ich gefragt Meintest du das Lenkrad? Und er hat dann nicht mehr geschrieben Und jetzt liegt das noch im Carport Ich habe jetzt 60 Euro Für den lokalen Mülldienstleister Da gelassen Weil, wegen Restmüllsäcke und so Aber der Carport ist Sieht jetzt aus wie ein Carport, glaube ich Schon mal Fortschritt Wie viel Uhr streamst du am Mittwoch? Äh Zwischen 8 und 9 Also zwischen 20 und 21 Uhr So in der Ecke Jedat los Grab des Tio Kahn Hat der schon Bock? 54, 1 FPS mehr Yes, das BIOS-Update hat es rausgehauen Geil Für die Rolle Das Kampagne hier Abenteuer starten Leertaste zum Überspringen Zipp Morgen Grabbesuchen gehen In Two-Brader 4 oder was? Capframe X hat halt Ein paar nette Komfortfunktionen Es funktioniert Letzten Endes sehr ähnlich Wie der Afterburner Natürlich Ähm Liest halt aus Was die Hardware so treibt Und Man kann halt Relativ akribisch Damit dann halt Auch entsprechend benchmarken Was ganz cool ist Was habe ich hier für einen Typen gewählt Das hat er für ein Für ein dämliches Gewehr dabei Das ist jetzt Full HD und hohes Preset Und Wir werden ein bisschen vollgelabert Eigentlich ist das Gameplay Ist ein bisschen Leistungsintensiver Wie ihr seht Puff Open the door Open your mind Ach jetzt muss ich die Dinger anballern Oder wie war das Es war ja immer so Man muss irgendwie Symbole finden Äh Tornado Äh Rindviech Und Schlange Toll Jetzt ist es vorbei Jetzt ist alles falsch Gut Alles falsch gemacht GPU auslassen Gebet nicht Wir sind nicht Gebet GPU auslassen Was du Keep you Active time Deviation GPU GPU busy Ist das GPU busy Wahrscheinlich schon Wir können die package temperature Von der CPU Dazu nehmen CPU Ich sehe jetzt keine GPU clock Oder bin ich blind Weißt du zufällig Was für ein Grafik Kartenfehler es ist Wenn die Karte im Desktop läuft Sich dann die Lüfter abstellen Und die Karte abstürzt Naja gut Dass die Lüfter sich abstellen Muss jetzt nicht gleich ein Fehler sein Stinkt hier Danke dir für den Support Vielen Dank man Dankeschön Stinkt hier Weltklasse Müssen wir mal gucken Ob wir mit der HW Info Das auslesen können Ja Ich meine Das Initial Ist das Ist das Overlay Taugt nix Bei Capframe X Aber das Overlay Beim Afterburner Ist initial Auch non-existent Also insofern Gibt sich ja nix Musst du ja auch Beim Afterburner Einstellen Oh wir haben HW Info schon drauf HW Dent Ja natürlich Haben wir die schon drauf Ein Haken Wirst ein 1000 Haken Ja guck mal Hier setzt du ein Und beim Afterburner Musst du zwei Optionen Verändern Musst du einen Haken setzen Musst du sagen Wo ist die Anzeigen Oh wir nehmen mal den GPU Takt dazu So Ich hab keine Ahnung Wo es hier lang geht Aber es sieht nicht aus Wie der Spielanfang Gegner Schon zweimal Dreimal daneben geschossen Es ist noch nichts passiert Ich hab keinen Platz Für die Maus Man kennt Man kennt die Ausreden Oder Das ist Strange Brigade Und jetzt Treff ich nicht mal W.A.S.D Wird immer besser Steht auch ganz oben Ganz oben links Steht halt Kann ich das denn lösen Aber muss man drauf Hier so Bumm So Ja Mann bin ich gut Ist ja jetzt GPU Busy Deviation Ist bei 0% Müssen wir mal gucken Ob wir Eine GPU Auslastung Auch über die HW Info Uns reinholen können Erstmal Tun öffnen Lesen Lesen sie mal was Die Wissenschaftler Im Krieg So GPU Deviation How much In Shizzle GPU Direct 3D Auslastung Das ist doch Der Der Freund Hier Den nehmen wir Dann in die zweite Seite Darunter Zack Ligger Ja GPU meint Sie wäre Ganz gut Ausgelastet Ist interessant Weiß nicht Wie viel Man in Relation Auf den Wert Zu den bisherigen Werten Geben kann Aber Das Spiel Läuft doch Eigentlich Ziemlich Töfte Gut Strange Be Great Ist auch Paradebeispiel Für AMD Hardware Davon ab Aber Schon ganz cool Ein bisschen Haufenweise Nur die Hier Nur die Dudes Ach Ich hätte erst Zweimal das Und dann das Jetzt Jetzt habe ich es Kapiert Jetzt habe ich es Gecheckt Was ich hätte Machen sollen Zu spät Zu spät Ernie Ähm Ja komm Lara Was soll das Da hat Hatte damals so eine RxRx580 hat er schon gut zu tun Und hier hat die CPU auch gut zu tun. Aber dank der CPU sollten die Ladezeiten sehr erträglich sein. Im Gegensatz zu so einem kleinen Adlon. Hinein in den Wald. Ich habe einen Monitor 1440p eingestellt und wenn ich nicht über OBS streamen will in 1080p erscheint sämtlicher Text total unscharf. Habe ich ein OBSC-Setting so eingestellt wie in Nielsen 1489er streamiere ich über NVENC 264. Wie bitte? Wow. Not too shabby. Nicht schlecht, nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, ob wir hier so... Also, es gibt Es gibt einen Punkt bei OBS, was so die die Skalierung angeht, was viele vergessen. Auf den einzelnen Szenen, wenn man da Fenster groß und klein zieht, kann man einen Rechtsklick auf das jeweilige Fenster machen und dann kann man für die Frame-Skalierung Filter verwenden. Und da empfehle ich immer, einen Filter einzustellen, den Langsos 3, weil sonst wird das immer schnell pixellig. Das ist doch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo einen Benchmark dran oder sowas machen können. Press F Gut wie nichts. Und hau mit den Punkten den Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Kurven hier weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Ha! Das wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hab einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war noch mal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar leben willst, dem Anführer der Peiniger, Dino und Glünderler. Er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmacht. Victor! Victor de la Nocce! Man könnte Tomb Raider jetzt auf cineastische 30 FPS cappen und dann ab dafür. Das ist 1080p ohne Skalierungstango. Was dezent verwirrt. Auf einmal ist Lara da. Auf einmal ist Lara in Strange Brigade drin. Ja, ich finde die Performance gerade auch sehr beeindruckend. Das ist schon ganz gut. Jetzt wird's aber düster hier. Peruanischer Dschungel. Mach ich lege an. Ich drücke doch E, oder? Endlich wieder Kisten kaputt machen. Tomb Brigade. Oh, da war ein kurzer kurzer Stogger. kurzer Stogger. Filter hier OBS. Rechtsklick auf die Szene machen. Quasi im OBS-Fenster, wo ihr eure Fenster verschieben könnt. Und dann gibt's den Skalierungsfilter. Und den stellt man dann auf Langsos 3. Und schon sieht das alles sehr entspannt aus. die Ultra-Textur-Details sollten, sollten indessen keine Performance-Kosten erfahrungsgemäß, weil dann wird einfach mehr RAM benutzt. kurz mal die Textur in den Laden. 39 FPS. Niedrig. Und doch 4 FPS mehr. Doch ein paar mehr. Aber es wird halt trotzdem nicht unspielbar dadurch, dass du die ganze Zeit am Stocken bist, wie sonst da was. Was stehen die Settings-Medium? Das war jetzt einfach hohes Preset. Hohes Preset, denn jetzt haben wir die Textur noch auf Ultra gedreht. Geh mal rum, ja. Hab's denn nicht sowas wie eine Schnellreise? Gibt's ja irgendwo ein Lager? Hallo? Brennt hier ein Feuer? Kein Feuer gefunden. Ölkäfer. Natürlich. Lager ist aus. Kampfkaus, danke dir für die Geschenke es haben an den Vadras. Wup, wup. Jeha. Halt dich fest. Ja, Framed Limes sind halt King. Also das ist halt schon geil, weil die Buh-Limit ist schon cool. War's halt eine sehr konstante Performance dadurch und das macht es dann doch wieder relativ ähm, relativ gut spielbar. Ja. Woppa. Jagen. Gibt's hier irgendwo ein Feuer? Ich suche ein Lager. Da! Ist das ein Lager? Wo muss ich noch drücken, um meine unglaublichen Hyper-Skills zu benutzen? Watt weiß ich. B, N, M, F, Q, Quasimodo. Da. Ich hab's kurz gesehen. Ich hab ein Lager gefunden. Juhu. Binding Lager. Was sind das bitte für Chips in den Next-Gen-Konsolen? Eine stärkere. Stärkere Chips. So. Haben wir hier nicht, war nicht hier unser Benchmark-Run? Hier hinten runter. Irgendwo waren die Wildschweine. Ne, ne? Das war das nicht. Das war woanders. Da muss ich durchs Wasser warten. Ist ja auch doof. Wir gucken mal, ob wir irgendwie so ein Benchmark ran machen können. Vielleicht gehen wir nochmal auf Default hoch. Und machen nur den Motion Blur aus. Das Feature, das kein Mensch haben will. Bord fahren. Das Fluid Motion Frames, das können wir mal ausprobieren. Wobei man ja sagt, wobei ja die ganzen Tests immer sagen, man sollte schon 60 haben, bevor man das aktiviert. Wir laufen einfach da runter. Wie war das? Was kann ich hier? Capture started. Müssen wir nur 60 Sekunden irgendwie konstant in die Sackgasse laufen? Scheiße, das ist eine scheiß Sackgasse. Das ist ein schlechter Benchmark, Cracky. Dreh um. in die Matschepampung wieder zurück. Dann biegen wir links ab und bleiben links. Dass ich der Röhrig bin. Das weiß doch jedes Kind. Mein Gott, wie lang läuft das? Wie lang sind 60 Sekunden, bitte? Wie lang ist so eine Minute? Zu lang. Ja, man weiß ja auch nicht, wo man hier... Wir können ja mal... Wir müssen eine andere Stelle suchen. Man kann doch, wenn man am Lager ist, kann man doch sich woanders hin hinlagern lassen. So lang. Schnelle Reise. Flugzeugwrack. Dschungelhöhle. Jaguarbau. Dschungelruinen. Flugzeugrumpf. Kuwagyaku. Kuwagyaku war doch das hier. Mein neuer Racing-SIM-PC. Das ist ein anderer. Moin, Demon. Zum Streamen von einer und derselben Kiste brauchen wir schon ein bisschen mehr Dunst. Aber Kuwagyaku ist aber kacke. Das ist ja hier in den Dings da. Im Dorf wollte ich aber nicht. Warum heißt das eine Kuwagyaku und das andere auch, oder was? Ruinen von Kuwagyaku. Ruinen von Kuwagyaku. Jagdgebiet. Jagdgebiet. Unterwegs. Docks. Prüfung des Adlers. Tempel des Lebens. Was ist das? Kipu-Ausblick. Ach, das ist doch kacke, ey. Schotterstraße. Petroleumlager. Jagdgebiet. Ruinen. Ruinen von Kuwagyaku. Kuwagyaku. Schnelle Reise DB. Wird echt Zeit, dass hier Glasfaser kommt. Glasfaser. Fähig auch cool. Kürzere Upload-Zeiten. Schneller rennen, schneller dabei sein. So, wo sind wir hier? Hier können wir die Treppen hochrennen. Da gibt es eine Matsche-Pampe. Aha, aha, aha. Schieb, 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 schieb. Wir rennen dann die Treppen da hoch. Machen wir mal die kürzere Capture-Zeit hier. Captura. 30 seconds. 40 seconds sind schön. So. Cool. Jetzt habe ich Steuerung Escape gemacht. Dann Steuern und Steuern und Circumflex. Das sind so die gewohnten Dinger hier. Dann laufen wir hier jetzt links lang. Folgen dem Weg nach rechts. Mal gucken, ob wir 30 Sekunden am Stück laufen können. Nein, wir landen im Scheißtümpel. Mann, ich hatte diese, ich hatte diese schöne, aber gut, wir drehen dann um, das ist okay. So, machen wir mal so. Vom letzten Speicherpunkt laden, funktioniert das? Bin mir nicht sicher. Nein. Warum? Was ist das für ein Scheiß? Ich will, ich will nur an das Scheiß, an das Scheiß, Lagerfeuer. Ja, unlock your performance. Jetzt ist das Lagerfeuer weg. War das das hier? Bierringer, danke dir für 56. Ich glaube, das war's. Und dann sind wir hier hochgelatscht. Kein Benchmark geraten ist so schön wie den, den du gerade gefälscht hast, ey. Kurz Zahle von der Arbeit muss, wie der Logo sei, erfreut mich morgen, alles nachzugucken. Rosatig. Das Lagerfeuer wurde einfach weggespeichert, mittendrin, ne? Passiert mir das dann jetzt jedes Mal? Und ich kann nicht wieder beim Lagerfeuer starten? Ob sie wirklich richtig gecaptured haben, sehen sie dann, wenn das Licht angeht. Dann, wenn die Ergebnisse nicht übereinander passen. Wir sind am Baumstamm hängen geblieben. Und es hilft auch mal Baumstamm. So, vor die Wand schwimmen. Kamera drehen. Zurückschwimmen. Capture zu Ende. Jetzt müssen wir noch einen dritten machen. Und dann sehen wir, ob es funktioniert hat. Dann haben wir repräsentative Ergebnisse. Die Bahnwände, ja. Das muss man so richtig hier richtig anstoßen und dann einmal umdrehen, bitte. Ist das ein Bullshit. Sowas Unbrauchbares. Associate. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank. Wo war denn mein schönes Savegame, was ich mal hatte? Ich hatte so ein schönes Lagerfeuer, wo ich genau da präzise langlatschen konnte. Wir probieren das mal hier einmal, sonst suchen wir das andere Lagerfeuer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mich wundert es eh, dass es so wenig Lagerfeuer auf der Map sind. Und ... Capture started. Capture started. Pichu-piu. Pichu-piu. Pichu-pichu-piu-piu. Through the jungle, the mighty jungle, the lara sleeps tonight. Schwingy, schwingy. Und back. Kap culture first. Do you think this was a was a was a was a was it. We don't have a capture ready. ich habe nicht aggregiert hier sind sie doch aber wohnen nicht zusammen aggregier mal kannst du dir irgendwie wie geht hat ach ich hab den haken vergessen meinte die kann man aggregieren so jetzt ist es okay ausnahmsweise knapp 40 im durchschnitt der eine war 60 der eine war 60 sekunden lang das sind die 33 sekunden dinge ja komm wenn die nirn das bier weg aggregieren war das der 60er hier schmeiß mal weg okay wir haben uns diesen benchmark gemerkt in zwei stunden weiß ich ihn nicht mehr das ist gut ich war lara das andere lagerfeuer wäre einfacher gewesen lager lara feuer kommen wir jetzt race room hier was soll das deutsch natürlich jetzt wollen wir performance sehen hier haben wir schon dxvk warum kommt immer dieser hinweis hey yo spiel race room am besten mit dem controller ernie und dann ist es die ich bin so waaaaat ich bin so waaaaat ich bin so waaaaat johri you're friday wir laden auch rehab runter kawi studios in die kw studio selbst verlinkt oder was open e board rehat link wurde nicht gefunden kampfgau sagen ich will schenk saboreina an den retro zucker 84 bis sie wieder fleißig am benchen yes i am the bencher wir wollen halt den hut mit dabei warum ist denn jetzt kw studios warum nicht hier war das nicht war denn nicht bei get it get get up get up give me the rehout am besten mit papier und bleistift spürbar wie hat es gefährlich trotzdem behalten findet schön kann man gucken wie schlecht ich damals gefahren bin wie hat ausführen die 20 80 läuft ja ich musste noch mal ran ich hab noch mal die pats vom ram runtergerissen und hab da auch für mich drauf gemacht und noch ein bisschen liquid metal nachgelegt und dann ging das so wir brauchen erst mal die ford replay die folgt einzel event was macht wie hat ein overlay ein custom overlay für race room das geht halt auch ein bisschen auf die performance und daher finde ich das eigentlich sehr praktikabel das mit dazu zu nutzen weil es halt auch ein bisschen performance braucht insofern hier irgendwas repräsentativ ist frx 17 mit tastatur spannend pro k mit tastatur noch spannender hat das bisschen schrauben ist das ist doch beruhigter aber sehr löblich von dir nur diese diese faunas edition der 20 80 und so der ist halt echt nicht dafür gemacht des öfteren auseinander und wieder zusammengebaut zu werden multiple processes detected ich weiß nicht wie ich bin schmacken soll so wo ist rehard da ist rehard wir bauen noch rehard in game alles steht alles steht wir haben schon gewonnen oder pause geklickt welche pause ich wollte ja nur ein replay ordner haben das race room einfach weg race room ist einfach race room ist gone task wechsel of death ich glaube auch der faust hingestandermäßig noch an was ich gestern nicht verstanden habe ich bin ja gestern noch ein gt3 dtm 20 23 renner von nordschleife gefahren warum habe ich nur so wenige gt3s gehabt ich hatte irgendwie nur die porsches aber ich bin doch früher auch den mclaren gefahren wie man in den replay sehen wird verstehe ich nicht was da passiert kann man das einer erklären haben wir jetzt hier im replay aber es gibt den replay ordner schon oder wir machen erst mal hier v sink aus hallo und nun game over Stimmt was mit Hasi nicht, ja. Ich habe mal den Ein- und Ausschalter gedrückt. War eine schöne Bastelnacht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. 87G. Echt empfehlenswert. Was ist denn da los? Man sieht sich. Nächste Woche geht es weiter. Beim Baywatch machen wir doch noch ein anderes Spiel. Ah, Windows-Updates. Natürlich. Wer denn sonst? Wer denn sonst? Ach, der Asus, der Asrock Autodriver Update Installer. Der wollte jetzt auch nochmal Hallo sagen wegen der Sicherheit. Ja, sag nochmal Hallo. Kontrollier nochmal, ob irgendwas ist. Du lässt dich ja das gucken nach neuen Oefis. Ja, echt ey. Du hast die komplette Bastelnacht gecrashed. Fühl dich schlecht. So, wir schauen mal hier kurz, ob wir das Save-Game reinziehen können. In die My Game, Simbim, Race from Racing Experience, Replay Data. Können wir wohl machen. Prinzbox, geh bitte nicht! Ich brauch doch den Protokoll-Droiden. Wir haben gestern Star Wars Episode 6 geschaut. Ey, Szene, wo Yoda seine letzten Sätze von sich gibt. Was für ein denkwürdiger, schöner Moment. Und was für eine tolle Beleuchtung. Schöne Kunst. Sicherheit wird dir großgeschrieben. Nachdem die Evox dann da alle gefangen genommen haben, mussten wir dann ausmachen erstmal. Aber ja. Ganz spannend, diese Filme nach so langer Zeit mal wieder zu sehen. Ist doch Puppen-Yoda in Episode 6 oder nicht. Oder haben die teilweise CGI-Yoda genutzt? Nee, oder? Ja, so ne Mann. Die kurze... Bei meiner kurzen brauche ich damit nicht kommen. Jetzt spoiler ich aber. Echt der, Episode 6. Mach doch, ist die CGI eingefügt? Aber nicht bei Yoda. Klar, bei Jabba, Jabba, da hat's Palast da. Diese, diese Gaga-Band, die dann da ihren Auftritt hat und so. Ja, das... Hätten wir auch mal entspannt an der Pfeife rauchen können, aber... So, wir haben jetzt mal hier so... Was haben wir gemacht? Wir haben Mittel gewählt. Haben wir Mittel gewählt? Hoch haben wir gewählt. Hoch haben wir gewählt. Bewegungsunschärfe machen wir aber aus. Gegenlose Cockpits wieder einblenden. Oder auch mitladen. Dankeschön. Das werden sie ja wohl noch auf die Kette kriegen. So, ich bin Novize. Ich will nochmal den M1 fahren. Aber übrigens, apropos Autos. Hier, GT3. Ich besitze einen Bentley. Aber den Bentley nicht. Ach, das ist der Evo. Ah, die haben einfach nur die ganzen neuen Schlitten da reingezimmert. Jetzt verstehe ich, wo der Hund begraben liegt. Ah, die Evo-Variante. M1 mit Tastatur ist natürlich ein Treu. Wo ist der M1 hin? Wir fahren einfach LKW. Ist Hundi tot? Guck mal, ob es jetzt so überlebt. Habe ich Rehard gestartet? Ah, ein Traum-Wheel. Kein Rehard. Habe ich aber gestartet. Warum ist er nicht da? Jetzt ist er da. Ja, LKW fahren mit Tastatur. Wuhu! Wuhu! So. Ja. 67 FPS! Wuhu! Zu spät gebremst! Radar bitte größer! Ja das ist die Standardeinstellung von WeHard. Freunde, warum werden denn meine Bremsen... Weil das ABS bremst. Schon dezent kompliziert zu fahren mit Keyboard. Aber gut. Also das hat funktioniert. Bitte beide Hände entzudenken. Ja, ist okay. Was wollte ich hier? Startmenü geht nicht auf. Windows-Taste. Dysfunktional. Kaputt. The McLaren. Den Omnibus-Simulator. Nee, hab ich leider nicht. Habe Info nicht fertig gestartet, oder was? Optimieren Sie dein RIG! Optimieren Sie den kleinen Schüsselhörsel hier. Wir werden uns das anschauen. Guck mal, wie die Grafikauslastung ist. Bin mal gespannt. Mein Full-HD ist natürlich schon ein bisschen was. Overlay dabei. Wahrscheinlich wird es die bei 100% sein, weil der CPU-Part ist ja jetzt nicht so genügsam. Ich weiß gar nicht, wie die Leistungsaufnahme gerade war. Ich denke mal, Toon Raider wird schon spot on sein. 140-70-Di-Super-Reinzimmer und gucken, was die Temperaturen sagen. Und dann Dauerlauf. Bremsen, ja, aber auch nicht. Breakwater-Spray. 200 Liter Wasser haben sie dabei. Die sind schon cool, die Trucks. Die haben schon Bock. Kabaslu, danke dir für 5. Einfach bei Regen die Rennen fahren. Alter, was lädt der denn da an Replay? Was ist das? Woran heute lädt der denn? Na, endlich, ey. Ah, das gute, alte Replay. Die weite, weite Welt. Randale! Kurz ein bisschen Shader-Cashen hier. Capture started. Ich weiß, wir sehen jetzt keine Performance, aber wir haben gleich hoffentlich ein aggregiertes Ergebnis. Oder hat er sich das jetzt nicht gemerkt? Man, nicht Dich standardmäßig die Namen ausblenden? Nein. Ich glaube, es ist doch schon finished. Es ist nur eine Kurve. Ist ja auch entspannt. Ich will kurz mal eruieren, ob hier das Aggregieren an ist. The Aggregation of the History is Available. War das Overlay gerade da? Nö, ne? Es ist natürlich schwierig, das im Replay zu triggern. Was ist ja, ihr habt, ihr habt. Was ist ja, ihr habt, ihr habt. Ich war留ge, das ist ja, ihr habt, ihr habt. Und jetzt macht ihr euch wieder ein paar Minuten. Als würde ich mich sehr, ihr habt. Es geht's. Ich bin ein bisschen. Es ist, was ist. Entdriving, ich bin ein bisschen. Besser, auch wenn ihr hollert. Und ich bin ein bisschen. ier werden sollt,ja, Kernen sie mal. Ja, du bist fertig. Do it again. Johannes B. Kernen. Grafikkarte ist nicht komplett ausgelastet, habt ihr gesehen? 89%. Also zumindest der HW-Info-Rechnung nach. So weit, so gar nicht mal schlecht. Augenscheinlich. 60 FPS sind schon das, was man sich wünscht. Full-HD ist jetzt natürlich auch keine Traumauflösung, aber nur Leute, die an Full-HD spielen. Aber hier natürlich der Drop auf 45. Es ist halt die Frage, ob der Benchmark-Durchlauf lang genug ist. Hat er aggregiert? Okay, wir haben auf jeden Fall 1% Perzentierung. Wir haben Average. Das ist schon mal gut. Zip. Komm, wir nehmen uns jetzt mal DXVK dabei. Dann sollte er noch mal Gain hier nach oben. Nicht öffnen. Nicht die DLL öffnen. Stim. 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 Kommen. Ratzr. Das andere Tomb Raider, bitte. Das da. X64. Check. Eingefügt. Mehr Performance, bitte. Danke. Also irgendwie Satelliten und Linux und tralala. Ich kann nicht folgen. Aber schön, dass ihr euch unterhaltet. Ist so dumm für den Streamer, weil der liest dann den Chat nicht. Und nachher ist doch irgendwas drin, was ins Thema interessiert. Aber der liest das dann nicht, weil er Johannes Bär Kerne gelesen hat. Können eins und eins simultan zusammenzählen. Und dann haben sie hier eine Pumpe aus einem Amazon Aufblasbett. Was ist dann nach ein paar Jahren dann doch kaputt gegangen ist. Und jetzt auf einmal läuft das Spiel mit Vulkan. Danke fürs Filtern, Retro. So. Jetzt kommt der Vulkan hier ins Rollen. Mehr Phippes. Kannst du später auch mal AFMF ausprobieren. Zum Beispiel in Tomb Raider. Können wir wohl machen. Timeliner, ich wünsche dir eine erholsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Habe ich noch ein Käffchen hier? Vielleicht. Ich weiß noch nicht, wo die Kanne ist. Ach, direkt vor mir. So viel Platz auf dem Tisch. Verlauter Rechner. Ah. Bitte warten Sie, es wird geladen. Schwups. Der Vulkan wird ausprobiert. Vesuv, ja. Dann kommt der Ätna. Dann kommt die kaputte SD-Karte. Prost. Sit Justice. Das könnte man gamenmäßig noch mit dranhängen. Race and Performance ist schon gar nicht mal so übel. Auch Tomb Raider ist gar nicht mal so übel. Wir können AFMF mal ausprobieren. Wir könnten uns den Quake einfach mal hinstellen. Quake 2 RTX. Einfach mal schauen, was bei RTX passiert. In 720p oder so. Und dann könnte man mal RAM Upgrade probieren. Und schauen, wie sich das im Verhältnis verhält. Das könnte ein Pensum sein, was man heute fertig bekommt. So rein theoretisch gesprochen. Warum lädt das so lange? Spricht das erst mit dem Studio, ob es das Replay wiedergeben darf? Oder woran liegt das? Das sind die ganzen gegnerischen Autos. Die Cockpits und so. Das sind die gegnerischen Cockpits, die unglaublich viel... Und jetzt ist auch das Overlay da. Oi, oi, oi. Jetzt geht es los. Und schwarzer Screen. Aber das ist Shader Cache Tango schreiben in Vulcan. Das ist ganz normal. Autos werden einzelne vom Hersteller geladen. Wird erstmal verifiziert, ob wir die Autos laden dürfen oder nicht. Das sieht jetzt auf den ersten Blick schlechter aus. Und welches Auto fährst du denn Silent Plane? Papetsu! Ja moin! Auf einmal kam das Overlay da oben noch dazu. Hi Capcom! GT3 und Mazda Cup. Jetzt habe ich Steuerung, Escape gemacht. Was jetzt natürlich für die Vergleichbarkeit hinderlich ist, jetzt ist das Overlay dabei. Was vorher nicht da war. Das ist Expo, ja. Also GT3 und Mazda bin ich tatsächlich seit dem Update, seit dem Reifenupdate zu wenig gefahren. Ich weiß gar nicht, wie warm ich gestern die Reifen im Porsche gekriegt habe auf der Nordschleife. I don't remember this. Frametime gefällt mir hier jetzt aber tatsächlich gar nicht. Spannend! Ja, weil ich allokiert da so viel RAM, dass es in dem Fall zum Hasenfuß wird. Overlay flippt voll aus. Ein paar die hart hinterher fahren hier. Das war ja Steuerung, Escape, ey! Das war ja Steuerung, Escape, ey! Das war ja Steuerung, Escape, ey! Und deswegen hast du im Fahrzeug-Setup von RaceRoom sehr gute Hinweistexte, was du bei den Reifen machen musst, um die Temperaturen zu steigern. Also wenn die Kerntemperatur zu niedrig ist, dann muss mehr Druck drauf im Verhältnis zu den Außenflanken. Das Verhältnis der Außenflanken kann man halt durch den Reifensturz beeinflussen. Wenn er insgesamt zu niedrig ist, dann muss man eigentlich Druck rausnehmen. As far as I remember. So, gucken wir mal, ob der Benchmark Run hingehauen hat. War jetzt spannend, fand ich. War schwächer. War tatsächlich schwächer. Deutlich schwächer. Zum ersten Mal erlebt, dass Valken schlechter performt. Kann aber im Overlay gelegen haben. Weil das Overlay hat er in Direct-AD in neuen Jahren nicht angezeigt. Also nehmen wir das Overlay mal weg und beobachten mal pauschal, ob sich was geändert hat. Tut mir leid, dann müssen wir das Replay schon wieder laden. Benchmarken ist schon eine spannende Sache, ey! Ich glaube, das ist von Auto zu Auto ganz unterschiedlich, wie viel PSI da drauf sein muss. Temperatur ist halt wichtiger, ne? Ach, ich bin englische Tastatur gewöhnt. Nein, überhaupt nicht, ne? Aber die APU ist geil. Also die Leistung, die die APU abfeuert, trotz des langsamen RAMs, ist schon beachtlich. Guck mal, wir versuchen jetzt hier einfach das Replay zu laden und dann schauen wir mal, was sich gestern mit dem Porsche, gestern mit dem Porsche passiert ist. Uwe Kaliber, Martiut! Habe einen erholsamen schönen Sonntag dir und Caligula, danke dir für den Prime Sub! Was ist hier mit Twitch? Kann man da hin surfen oder nicht? Ist das so eine neue Website oder? Mein Gott, Walter, im dritten Anlauf. So, hier habe ich auch kalte Reifen. Wie viele Runden sind wir schon gefahren? Habe ich mir gerade Frische geholt, ne? Das war Ende Runde 1. Kalte Reifen, ja. Ich habe da auch so einen Bereich von 70 bekommen, aber weit weg vom Grün, ne? Weit weg vom Grün. 67,7. Temperaturverhältnis ist eigentlich ganz okay. Aber müssen wir ein Breitschwert fragen. Pauschal würde ich sagen, wahrscheinlich etwas weniger Druck rein. Hier auf der rechten Seite ist natürlich das Verhältnis nach außen hin ein bisschen abfallend. Da kann man sicherlich noch im Sturz was tweaken. Und dann geht das schon. Achso, jetzt läuft Twitch im Hintergrund. Hat schon gestern Spaß gemacht. Das Ranked Rennen da war geil. Ich weiß gar nicht, wie die Ergebnisse waren. Wie waren die Ergebnisse, Cracky? Ich habe gar nicht geguckt. Race Room Ranked Schedule. Daniel Bauer, da ist er. Rang 96, jawoll. Race History. Ach guck mal, für die Reputation hat es was dabei gegeben für das Rating auf den Sack. Aber jetzt haben wir Reputation 93. Wo habe ich denn so viel Reputation verloren? Hier, zwei Punkte. Da wurde ich disqualifiziert, ne? Mit den Idioten aneinander geraten bin. Aneinander. Und da... Warum habe ich da so viel Reputation verloren? Oh, Mama, ey. Naja, gut. War trotzdem lustig gestern. Völlig irrationaler Fahrer. Gestern im Rating nur verloren. Keine Formel 4 gefahren. Die Server war die ganze Zeit voll. Speed war okay. Am besten war halt die Angst. Die Angst später war übel. Nach Performance sieht es ja gleich aus, ne? Frametime ist ziemlich unruhig. Tatsächlich in dem Fall ist Vulcan kein Zugewinn. Obwohl die Auslastung der integrierten Grafik steigt. Aber in dem Fall bringt uns Vulcan nix. Spannend. Das erste Mal. Das erste Mal, dass ich das so richtig erlebe. Zweimal angewummst in Turn 1. Beim NSU, ne? Irgendwas war da. Ja. Ja, ja. Beim NSU war dieser Doppelbumser, ja. So, Quake. 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 Schärf her. Der Phantom war nicht gut, ne. Die war grauenhaft. Ja, aber die Grafikkarte ist ja auch nicht voll ausgelastet bei 3D, ne? Also das ist das halt. Die Grafik-Einheit. Global Illumination, High. Und Refraction, 8. 8x. Field of View, 90 degrees. Full HD. Full. Easy. Easy Intro Skipping. Und wir haben... 5 FPS. Okay, wir machen mal ne andere Auflösung. Raytracing. Die Bitch. Tötet die APU. Wer hätte das gedacht? Ich möchte gern die FPS verdoppeln. Ich hätte gern 10. Ich bestelle 10. Ernie. 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 i got five on it so jetzt aber easy mode und wir haben sogar 12 kann man schon sagen wie viel leistungszuwachs man durch die gpu im 87g bekommt in relation zum vorgänger schon aber so wirklich ein traum man bedenkt was high-end karten mittlerweile schlucken können ich habe leider zu wenig referenzwerte zum 57g hatten wir den eigentlich mal hatten wir den eigentlich mal so richtig am start im 57g ich glaube mal kurz haben wir beim 57g mal was gemacht irgendwas war da mal aber den habe ich jetzt nicht so hart gefeiert ich finde die leistung hier beim 87g ist schon beachtlich sowas wie Tomb Raider oder so läuft schon ziemlich gut okay wir haben 12 fps in quake 2 ist okay 54 in strength brigade 12 fps in quake 2 rtx 12 fps in quake 2 3 noch in irgendein 3d markt darüber jubeln du könntest welche menschen mit der mit der mit der mit der api soll man normalen fire strike laufen lassen können wir machen dass lara besser aussieht als quake hallo aber der 2400g hatte auch schon 12 cus aber das war halt noch vega grafik beim 57g auch noch das ist jetzt halt rdna 3 oder was 8 7g da kann ja auch auf 1 enkodieren in der gpu ist schon ganz nice your hardware may not be compatible halt die schnute your gpu does not have enough vram your system have failed to run this test bullshit da muss zu wenig das können natürlich das können natürlich race room im getriebe gestanden sein dass wir nicht genügend ram fest zugewiesen haben wir haben fest zugewiesen nur 512 alle benchmarks sind komplett hinfällig das könnte vor allem walken im weg gestanden sein gerade eben ich hasse mein leben also rein theoretisch verändert sich die performance nicht aber natürlich wenn der treiber heckmeck macht dann hast du band salat wir können hier juma game optimist einstellen juma auto du bist mein auto juma specified juma frame buffer size juma ag wir haben 32 gramm da kann auch der acht gegeben hier mal ich hab fleisch und vierten sauk getan Na, na, komm hier. Nicht kleckern, klotzen oder so. Ich weiß noch, wie wir damals... Haben wir damals nicht dem 5.7G 16 GB zugewiesen? Haben wir nicht den Spaß gemacht? Habe ich nicht dem 5.7G mit meinem 64 GB Kit laufen oder so? Oder war es der 4650 Pro? Ich glaube, es war der 4650 Pro oder so. So, hier, jetzt können wir das nochmal sehen hier. Dann ist das BIOS-Update schuld, nicht? Habe ich das nicht letztes Mal schon anderweitig spezifiziert? Ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt sind hier dediziert... Dediziert sind 8 GB. Arbeitsspeicher haben wir jetzt noch 24 GB quasi. Albi, ich danke dir für den Support. Tut mich ja furchtbar traurig, aber dann starte ich nur nochmal aus Interesse RaceRoom. Wenn diese Replay-Ladezeit nicht wäre. Ich finde auch, bei der Vega 64 und der C-80 Steel sind die besten Karten seit einer langen Zeit gewesen. Was? Wie? Wo? Wurzel? Wir können alle darauf schimpfen, wie sie wollen. Aber mit der Vega 64 ich den größten Spaß von allen Grafikern nicht bisher hatte. Und eine 1080 hat es in der Regel auch gereicht. Das mit meinem Rechner kann das am RAM liegen, wenn der von der Megahertz-Zahl nicht passt zum Board. Was ist denn mit deinem Rechner-Sunkenbinder? Ich habe das schon wieder vergessen. Habe ich Cap-Frame nicht gestartet? Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich. Can you please show me the overlay, please? Overlay is only. Achso, Blue-Screen-Spiel, Abstürze, Start gar nicht. Achso, ja, den Board-Wechsel. Mein RAM ist natürlich immer für viele unvorhersehbare Ereignisse schnell verantwortlich. Du könntest natürlich theoretisch mal nur einen RAM-Riegel probieren und dann gegentauschen oder halt mal einen Mem-Test drüber laufen lassen und schauen, ob der irgendwas ausspuckt und so weiter. Moin Konsolendocs, ich grüße dich. Das ist halt echt die Frage, ne? Spaß mit Grafikkarten haben. Über Commando oder Linux-DX, ja, einfach einen Boot-Stick machen. Kann man ja mit Mem-Test, von Mem-Test x86.org kann man sich einfach einen Boot-Stick-Creator laden und dann ab dafür. J.P.la, dankeschön, bis zum nächsten Mal. Wir erinnern uns sehr, nervöse Frametime, FPS Der ist so im 50er-Bereich. 50 bis 60. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Nein, ist gleich. Keine Veränderung hier. Keine Veränderung. Gut. Also, wir lassen die Benchmark so, wie sie sind. Und der 3D-Mark. Jetzt sollte sich der Fire Strike vielleicht nicht beschweren, dass er zu wenig Bildspeicher hat. Deine 1080 möchte in Rente. Ja. Ist halt viel Kohle, die man jetzt braucht für neue Grafikkarten. Das erste Interessant wird im Preisbereich um 500 Euro. Ist halt schon fies. Super fies. Wobei natürlich so eine RX 6800 für unter 400 auch sehr nice ist. Und definitiv ein Upgrade von der 1080. So, guck mal. Jetzt sehen die Benchmarks schon alle viel entspannter aus, pauschal. Ein Feuerstreik. Ranse Feuerstreik. Wir sammeln die Systeminformationen über den Feuerstreik und trinken noch ein Schlückchen aus unserer Tasse. Ich meine, der ARC A750, die hat halt leider das Problem mit ihren 8 GB Bildspeicher, aber die ist für 215 Euro. Mega, mega Leistung für die Kohle. Oh, der Benchmark lief gut. Sorry, no data available. What happened? An Error occurred. Oh, Capframe zu. Rieber Tunerfisch zu. HW-Info zu. Firestreiken Sie mal. Weil der GPU-Support soll ja eigentlich da sein, ne? Ja. alles, 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 juhu, grüß dich. 4,7 G, 5,7 G, hatte nur 80 US, jo. Jetzt läuft's doch. Sieh mal, einer guck. Firestreiken wir unter 40 FPS. schon cool, alles unter einer Haube. Ja. Schon cool, alles unter einer Haube. Das hier ist jetzt die, äh, Ryzen 7, 8700G APU. Wieso bis jetzt so? Ja, ganz cool. Ähm. Wenn man ein bisschen einstellungsaffin ist, ich denke mal, da kann man eine sehr akzeptable Performance draus rausziehen für den Gelegenheitszocker. Ähm. Wir werden noch testen, wie er, wie er mit dem RAM skaliert, weil wir sind jetzt gerade sehr konservativ unterwegs mit 5200 Megatransfers. Haben da so eine Handvoll Games. Ist natürlich sehr teuer, ihn jetzt zu kaufen, zu sagen, naja, da kriegst du halt eine CPU, eine Grafikkarte in einem Paket für 350 Euro. Äh, hast ja noch die AM5-Plattform hinten dran. Ist halt so lala, ne? Jetzt nicht so sonderlich praktikabel, das zu sagen, dass man das so macht. Irgendwo. Auch wenn du natürlich schöne Wards für 120 Euro bekommst und auch der RAM bezahlbarer geworden ist. Aber dann bist du mit einer NVMe und einem Netzteil und einem Gehäuse immer noch bei insgesamt 600 Euro für die Kiste oder sowas. Meine RX 6.8 ist von Haus aus sehr genügsam. Ähm. Undervollting bei den Radions ist für mich immer, immer ein, äh, ein Buch mit sieben Siegeln, ehrlich gesagt. Habe ich nie so kapiert, wie man da dran gehen muss. Aber der normale 6.8er ist von Haus aus schon sehr, sehr schön. Ja, mit dem More Power Tool da. Ich steig da nicht durch. Ich weiß nicht. Ich verstehe auch die Artikel von Igor nicht dazu. Das ist immer so. Um den heißen Brei herumreden, aber wirklich so eine Idee zu geben, was man machen muss, ist nicht vorhanden. So, wir haben ein Fire-Zweiger-Ergebnis, nur für die, die es interessiert, ein synthetischer Tango gescreenshottet. Very nice. So, und wir wollten die Fluid Motion Frames mal ausprobieren. Die werden wir ja wohl irgendwo aktivieren können. Da sind sie. Höhere FPS mit Frame Generation. Und Anti-Lag geht gleichzeitig auch mit an. Einfach eingeschaltet. Zack, fertig. Und kann Cap Frame das auslesen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie aktiviert. Noch nie benutzt. Aber dann starten wir jetzt nochmal Shadow of the Tomb Raider. Das hat mir so hohe Details in Full HD. Ohne Skalierung oder sonst noch was dabei. Wir haben eine Motion Blur ausgemacht. Und wir sind halt zwischen 40 und 50 FPS. Und wir werden bevinderte die Pandora. Einwegs, danke dir. Wup, wup, servus. Raid. Raid de la noche. Dankeschön. Servus. Overlay ist ön. Muss nur noch Hallo sagen. Hat es noch nicht. Da ist es. Overlay sagt Hallo. Einwegs, danke dir. Moin, was habt ihr geschrieben? Danke euch für den Raid. Einen wunderschönen guten Abend. wir schauen uns hier den 8700G an in diesem wunderschönen Fractal Terra Case kleine kompakte Ding rein theoretisch wollte ich mir jetzt Frames generieren lassen aber ich glaube das machen wir gerade nicht muss man da noch was tun? Geil das kleine Ding ja finde ich auch also hier werden jetzt gerade keine Frames generieren drückt mal Alt T Alt Theodor nichts passiert Alt R oh Gott Frames Generation ist aktiv Help STRG SHIFT O das soll jetzt 70 FPS sein? Nein Nein Nee Nee Bei den Abjus muss man wissen RAM-Takt skaliert mit der EGPU-Takt wenn man die EGPU-Takt übertakten will muss man den SOC-Takt nachjustieren sonst nicht stabil die EGPU-Takt von 7.6x konnte ich 2.2 auf 2.8 takten SOC bei 1.1.3 Ja also das Overlay kann es nicht anzeigen Radeon sagt halt verdoppelte FPS aber nö aber ich muss sagen das Input Delay ist okay ich glaube exklusives Vollbild haben wir an ist nicht exklusiv wir machen es mal exklusiv aber mit so wenig Ausgangs FPS wirkt das jetzt halt nicht flüssiger als zuvor Röft nur ab 60 Hertz erst achso und dann dann gibt er das da nur an aus Spaß an der Freude seine FPS da oben ist natürlich cool dann mit einem 60 Hertz Display dann zu sagen ah ja das fühlt sich jetzt an wie 120 andere Voltchen von der Grafikkarte macht Spaß wir schaffen leider in 720p auch nur 50 jetzt merke ich aber auch so bisschen den Input die Input Verzögerung zumindest bei der Tastatur wirkt es so aber CPU Limit haben wir gerade nicht ihr seht ja Package Temperatur der Temperaturfrage kam ja gerade auf also Package Temperatur der CPU über 80 Grad hier ist natürlich die Wärmebrücke das Problem auf dem dicken Heatspreader und dann ist da nur Wärmeleitpaste verwendet und so das Gehäuse selbst ist von der Belüftung her eigentlich sehr sehr gut aufgestellt ja Latenz sehen wir ja da die Bildbereitstellung die Millisekunden sechs Millisekunden oder so ja das wird alles das wird alles so warm sein ob das jetzt ein besseres Spielgefühl ist kann ich halt so pauschal nicht beurteilen ist schwer zu sagen nee kein Boxkühler wir haben noch einen kleinen Be Quiet drauf den ich aber auch erst noch modden musste ist denke ich auf jeden Fall spannender wenn man eine dedizierte Grafikkarte hat und ob man dann damit dann das Spielgefühl noch pimpen kann schwer zu pauschalisieren keinerlei Bauteile auf dem Package und Flüsselmetall von Bernhard Seher müssen wir in 87G einfach aufsäbeln mit der guten alten Wilkinson schön die Garantie wegsäbeln cool könnte man machen Alt R war das oder Alt T Moment was war das Overlay noch Steuerung Alt O nee wie war das Entschuldigung Steuerung O wie war das Alt R Alter nee das ist ja das Steuerung Shift O ah dankeschön vielen Dank was mich natürlich dazu bringt eine Sache über die wir auch noch reden müssen im Prinzip wenn wir hier die große den großen Banner erwischen ist natürlich generell das Gesamtpaket was du bekommst momentan bei AMD ähm CPU preis leistungsmäßig sowas wie so ein 780X 3D ist natürlich schon eine mega geile CPU oder so ein 7950X als reines Arbeitstier kannst du schon ordentlich was vom vom Fressbrett reißen bei den Grafikkarten muss ich halt sagen hab ich bisweilen wenig Erfahrung sammeln dürfen weil es sich einfach noch nicht ergeben hat aber die Technologie wird ja immer weiterentwickelt ich hab jetzt erst wieder hier äh Ausblick auf die neue FSR Geschichte gesehen wo sie dann halt auch aus niedrigerer Auflösung ein schöneres ähm Upscaling hinbekommen wollen ähm das war ja bisher eher nur so tauglich wenn man schon in 1440p am Display unterwegs ist ähm aber auf jeden Fall nice to know diese kleinen Bauteile hat der 87G natürlich nicht ne das macht ihr natürlich leicht leicht köpfbar ne kannst du in das Gehäuse mal eine 3 Slot GPU einbauen das müssen wir aber machen das machen wir auch noch das machen wir auch noch wir werden erstmal kurz uns anschauen was ähm was ein RAM Upgrade bringt diesbezüglich wenn wir 7000er RAM einbauen schauen wir mal wie da der Vergleich ist so aktivieren sie Super Resolution Super Resolution haben wir ja auch schon verwendet wir haben ja hier letzte Woche tatsächlich auf dem 8 7G haben wir Tomb Raider Remastered in 4K gespielt mit 60 FPS Weltklasse ja ich finde ich finde halt vor allem äh natürlich den 7.8 X3D als Zocker CPU mega spannend hab ja selber den 79 50 X3D im Hauptsystem stecken und dann finde ich halt Grafikkarten mäßig von den neuen ist die 7.8 XT halt äh sehr spannend für ihren Preispunkt aber auch äh 7.9 XT und 79 äh 7.9 XTX ähm sind natürlich für den Preisbereich unter 1000 Euro äh in vielen Titeln auch sehr 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 schnell dabei Raytracing ist natürlich immer so ein bisschen noch der der Hasenfuß was das angeht aber durch Skalierungsoptionen und so wird immer besser gibt es Erfahrungen von äh von den G's in CAD Anwendungen ah in der Form leider nicht du was der 8.7 G aber auf jeden Fall auch kann ähm ist äh AV1 Video Enkodierung ist zwar auch nicht ganz so schnell wie Intel und Nvidia aber es geht also ein 4K60 Video mit gut 50 Bildern pro Sekunde rendern läuft das ist quite nice und die kleine Kiste ist cool einfach aktivieren ja wir haben auch gerade Frame Generation ausprobiert ist auf dem 8.7 G jetzt halt nicht so praktikabel aber vielleicht können wir dem 8.7 G ja viel mehr Performance entlocken indem wir anderen RAM reinstecken lass uns das mal ausprobieren wir fahren das Ding mal richtig runter äh und ah ne wir laden erstmal Grundeinstellungen im BIOS ist erstmal glaube ich sinnvoll so was wir machen können wie kann man das testen ja ich finde ich finde dieses dieses äh die CPU kann KI ist einfach nur sind einfach nur neue neue Werbeslogan genau also schaut gerne bei AMD vorbei diesbezüglich ähm und alle die jetzt schon mit AM4 unterwegs sind die haben halt auch noch eine mega geile Plattform weil sie einfach noch wunderschön ähm aufrüsten können auf sowas wie einem 5W X3D das ist halt eine mega CPU richtig runtergekommen runterfahren bis zum Erdkern genau apropos 5W X3D da freue ich mich auch bald drauf den hier habe ich mir auch geholt um ihn mal zu pimpen und was weiß ich nicht was das können wir ja mit ihm hier auch noch aber das Battle 5W X3D gegen 5W X3D das gibt es auch noch das kühlt auch noch der kostet gerade 222 Mist ey habe ich schon wieder 17 Euro zu viel bezahlt also insofern was AMD mit den Ryzen da gezaubert hat ist schon ist schon schön ist schon ist schon ganz toll so jetzt haben wir Default geladen witzig wäre FSRKI Upscaling auf CPU ob das jemals bringen werden nutzt übrigens in Kombination mit Nvidia wenn man sie durch 780M durchschleift achso ja ok Fluid Motion Frames benutzt du in Kombination mit der Nvidia ist auch spannend FSB Overclocking um Gottes Willi never ever aber man könnte natürlich schauen ob bei der APU hier Precision Boost Overdrive Auswirkungen zeigt und so weiter und so weiter also wir fangen erstmal mit was ganz Praktikalem an einfach nur in RAM sie werden kürzer runtergefahren ja bitte sofort warum nicht sofort muss man echt eine Zeit angeben noch wurde geplant ja aber für wann denn muss echt eine Zeit angeben sonst macht er das irgendwann noch gut dünken oder wie achso ja aber generell skalieren die X3Ds ja sehr sehr gut mit mit Curve Standard ist eine Minute mit dem Curve Optimizer skalieren die ja sehr sehr gut wenn man da ein negatives Offset einstellt so wir ziehen mal das Netzkabel machen wir hier die Flügeltür mal auf hallo nehmen wir die Flügeltür mal kurz raus dann holen wir mal meinen heiß geliebten Corsair RAM 48 GB GB Gib mal her 7000er muss ich noch an die Auswurfknöpfe kommen jetzt liegt mir so ein Stromkabel im Weg der Rimmel 62 Dankeschön Aua Sollte die ganze RAM-Handhabe nicht viel leichter werden mit DDR4 und DDR5 und so Aua Das tut weh am Finger Nimm's lineal So Ich hab den RAM schon mal rausgekriegt 40, 70 2 Lüfter oder 3 Lüfter großer Unterschied kann ich mir nicht vorstellen der Chip ist sehr genügsam sehr effizient ist halt echt meine meine Schleife hier vom Netzteilkabel quasi im Weg war das jetzt richtig ich hoffe ja ja aber passt bei dem nicht weil dann krieg ich das Netzkabel nicht gescheit reingesteckt weil der Abstand nach hier oben zu gering ist haben wir letzte Woche dran rumgefummelt konnte ich den Deckel nicht mehr drauf machen klink klonk gewonnen ja Dual Channel abschaffen schlechte Idee ganz schlechte Idee wer wird denn hier gleich beulen erst mal auf den RAM stellen das hängt aber auch mit dem SFXL Standard zusammen den das be quiet Netzteil hat also dann nimmt man besser ein Netzteil was nur SFX hat das ist the problem the problem in the configuration zu langsam für Windows Start das muss man erst mal nachmachen jetzt mittlerweile auf AM5 Wahnsinn zu langsam ins BIOS zu kommen weil er so schnell bootet die Handtasche meiner Frau ist immer so vollgestopft ich muss dann immer ihr Handy für sie in die Tasche stecken weil sie es nicht mal reinpasst ich bin gespannt ob die 1470 sich an der Wolken lässt das lassen die sich ja war mir auch vorher nicht so bewusst dass es da nochmal einen Unterschied gibt aber das ist tatsächlich ein bisschen ein bisschen länger die 4070 da kann man nochmal 30 Watt an der Steckdose einsparen oder so ohne dass du Leistung verlierst das ist schon ziemlich geil so XMP 7000 das ist dann CL4 schieße ich mich tot letztes Mal hat es funktioniert wie gesagt ich habe zweimal Mem-Test dann laufen lassen einmal ist er einwandfrei durchgerasselt drei Durchläufe habe ich da glaube ich gemacht dann habe ich das System ausgemacht und beim zweiten Mal das war ja noch im fliegenden Aufbau beim zweiten Mal hat er dann bei den Hammer-Tests da habe ich dann alle vier Durchläufe machen lassen dann hat er zweimal bei den Hammer-Tests einen Fehler produziert aber da ist auch so ein Hinweis hochfrequenter RAM kam bei den Hammer-Tests ähm vulnerable sein oder was also verletzlich sein übersetzt frei übersetzt was auch immer das bedeutet habe ich den RAM jetzt kaputt gemacht damit durch die Tests oder ist das einfach nur die Wahrscheinlichkeit dass was passieren kann jetzt läuft erstmal der der kleine NVMe-Lüfter amok machen wir ein bisschen Speichertraining hoffen wir mal dass es mit dem neuen BIOS auch noch bootet ich habe auch das das Gefühl dass in in Handtaschen auf jeden Fall auch die Lösungen für den Weltfrieden zu finden sind kann auch mit gefährdet übersetzt werden man weiß halt nicht so wirklich jetzt was er macht das ist weil eine digitale Anzeige ist natürlich auch Fehlanzeige hier ne aber wir geben dem Ganzen mal ein bisschen Zeit mal ein klitzekleines Päuschen weil ich müsste eh mal auf Toilette praktisch spielen die Songs immer aus aber Rahmen Training ist nix mal nochmal aus wieder an ja wie gut dass wir BIOS auch nicht gemacht haben wie gut dass es vorher funktioniert hat mit dem RAM Training direkt anstandslos und jetzt nicht mehr ich versuche gerade hier so eine SD-Karte aufzufummeln aber ich glaube die sind einfach komplett verklebt kann das einzige Öffnung die es hier gibt ist natürlich vorne beim Schieber wo man den Schreibschutz aktiviert Eiche Rustikalfront ja den gibt es schon in wilden Kombinationen ich glaube jetzt habe ich einen Ansatz gefunden hier für die SD-Karte bis dahin und nicht weiter Aua Aua in die Richtung geht es auch oder was ja die sind verklebt ja die sind verklebt ich hatte den RAM ja getestet auf dem Board aber das war noch mit dem vorherigen BIOS zack wie das war's mehr ist die SD-Karte nicht oh man krass krass ne ja gut sie ist tot Jim genauso wie hier der RAM nichts macht sehr lieb von ihm ja aber ich habe noch einen VHS-Spieler hier ja 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 voll einsatzbereit da oben wie funktioniert der Schieber der Karte da wird wohl eine Erkennung im Gerät sein oder sieht aus wie eine XT-Picture-Karte yes das war ein gutes Format nicht wahr Fuji das war gut da geht jetzt immer was ist zum Glück hier oben probieren wir nochmal gleich ICHT-Picture-Karte Potsch! Potsch Blitz! War da nicht irgendwas noch mit Settings? Irgendwie RAM Voodoo, genau. Geh mal RAM Voodoo her. Good night, WDM2! Booten Sie mal! Okay, es ist schon geil konzipiert. Ich meine, wir hatten jetzt noch keine dicke Grafikkarte drin zusätzlich. Und das Netzteil ist halt ein bisschen groß gewählt. Macht dadurch die Handhabe auch etwas komplizierter, als sie eigentlich sein müsste. Jetzt kommt Bild. So. Wie ist das hier mit dem Speicher? Ja. Es gibt noch Competitive und Aggressive. Schade, warum hat das denn so... Am ersten Mal hat es geklappt, jetzt klappt es nicht mehr. Nur ein USB-A. Ja, finde ich vorne auch ein bisschen... Optik vor Funktionalität. Was lief hier eigentlich schon mit dem Bios davor? Nö, der PC ist hier so für die Sendung. Was wir dann im Anschluss mit machen. Wollen wir mal... Muss man mal bebabbeln mit dem Alpha Hero? I don't know. Schauen wir mal. Und der Lüfter schreit wieder. Und es läuft wieder alles nach Plan. Ich wollte jetzt eigentlich den 7000er schön dagegen stellen. Aber klappt mal wieder nicht. Mit dem Bios davor lieb. Retro Nacht kommt auf jeden Fall auch wieder. Aber ich lebe halt von Woche zu Woche, ne? Da kannst du halt auch nichts machen, ne? Wenn das Ding einfach nicht mehr erkannt wird, wird es nicht mehr erkannt. Dann ist Game Over. Plätze der Module tauschen, wegen der Sicherheit. Das wäre noch eine Option, ne? Weil das der so lange da rumtrainiert hat... ... ... ... ... ... ... ... ... warten sie mal ja aber das ging ja dann eine mal mann nur geduld bitte halten sie den löwen fest hold the line ja bios zurückflaschen ist halt auch immer kriminell weil die cpus werden ja auch geupdatet dann dadurch beide wunder kann ja ja wahrscheinlich wird man nicht zurückflaschen können da genehmigt sich hier von haus aus schon 1 4 es hat ja mit dem vorgänger bei uns geklappt aber jetzt jetzt sei nimi es ist so ätzend ich probiere mal ein modul auf auf das xmp-profil zu kriegen ich weiß zwar nicht welche modul als erstes rein soll aber blöde wulst hier vom 8 pin extra strom ist aber drin ok das bios nicht zurück gesetzt der ram hat nur ein xmp-profil das war's also ab 2001 s die die d und die die und es lief ja es lief ja bereits und es lief ja bereits es lief ja so ein modul in b schließt mich tot haben wir die falls man das erst mal so machen wir jetzt noch mal diese szene ist welches läuft es wahrscheinlich aufs selbe hinaus das ist halt doppelt ärgerlich dass wir das bios update gemacht haben aber ja ausgegangen kbs racing moin auch grüß dich was hatte der im bios angezeigt wie viele umdrehungen er macht was hatte der da angezeigt 15.000 oder so hallo lisa grüß dich ja so ist das ne schade auch hat er auch 15 stunden im kopf wie 15 stunden wie viel umdrehung hat er 15 stunden guck's mal im video nach ich meine gut das war der fliegende aufbau es war ein anderer kühler drauf aber das war 15.000 Drehungen, ja, okay. Wahrscheinlich nicht. Ja, wenn da nichts mehr geht, bekommst du denn noch Bild oder bekommst du nur noch Piepsereianzeige und so? Man kann halt Kliercmos machen, natürlich. So als allererstes, alle Geräte abklemmen, die man nicht braucht, ne? Laufwerke runter vom Board und so. Dein Board hat BIOS Flashback und das ist doch eine gute Sache. Kann man sich natürlich guten USB-Stick da anschaffen und dann den Anleitungen entsprechend den USB-Stick präparieren und dann BIOS Flashback machen. Retro Zocker, hau rein! Dankeschön fürs Dabeisein. Schade, ne, aber guck mal, ob das gereicht hat. Kann sein, ja. Manchmal hauen BIOS Updates nicht ganz so gut hin, ja. Vor allem, wenn irgendwie RAM reinspielt oder so. Wer RAM einen nicht mag. Daher komme ich ja auch immer mit meinem banalen Tipp daher, nur einen RAM-Riegel zu verbauen auf AM4, wenn man BIOS Updates macht. Warum will man eine 4070 gegen eine 780XC tauschen? Ich habe eine Frage an dich, Cracky. Achso, wir, KPS Racing. Ich habe eine 780XC von Gigabyte, wollte mir aber eine 4070 Tough Gaming zulegen und die dann gegen die RX zu tauschen. Sinnvoll oder eher nicht. Na, von der Leistung bist du halt sehr gleich unterwegs. Raytracing ist natürlich die 4070 deutlich stärker. Sie ist auch die effizientere Karte. Und kann mir auch gut vorstellen, dass sie von der reinen Netto-Leistung in sowas wie Racing Games oder so etwas besser unterwegs ist. Kann man halt aus Effizienzgründen machen, ne? Aber ist halt schon ein sehr gleicher Tausch. So, wir schauen jetzt mal in das BIOS rein. Ja, RTX, DLSS und so. Sehr aus, Cracky. Ich habe eine Frage. Ist es sinnvoll, auf AM5 zu wechseln oder auf AM4 bleiben? CPU hast du im 5W X3D? Ich würde im 5W X3D noch ein bisschen auskosten, bis die neue Generation an richtigen Prozessoren auf AM5 kommt. Auch wenn diese 25% Performance nochmal zum 7W X3D in Kombination mit dem R4090 ganz nett aussehen auf dem Papier. Wir können 208 wieder drauf machen. Lass mal probieren. Guck mal, was passiert. Servus, Keule! Yo, wir versuchen viel zu schnell einen Rahmen ans Laufen zu kriegen. Aber während des BIOS-Löser hat er neu gestartet. Das ist nicht so gut. Also es empfiehlt sich dann auf jeden Fall nur auf ein Modul zu gehen beim RAM, ne? Warning, System-Firmware is being updated. Keyboard is locked. Do not turn off. Once firmware update is complete, system will automatically be rebooted. Also wir gehen wieder auf 208 runter. Du hast eine ARC 770. Ja, dann lohnt es sich auf keinen Fall. So, hier, um das einmal zu zeigen, Pony, Ritter. Dann lässt du RAM-mäßig nur die Bank hier bestückt. Nur die zweite Bank bestückt. Ein Modul nur rein. Wobei du natürlich, wenn du BIOS-Flash machst, der RAM eigentlich nichts zu Kamellen hat. Wenn du BIOS-Flashback machst. Aber so generell so. Wenn, wenn das System läuft, dann ist das immer so ein Tipp von mir. Wenn man so ein bisschen auf Nummer sicher gehen will. Nur ein Modul zu verwenden. Auch wenn das natürlich nochmal ein extra Aufwand ist. Aber, ja. Nur das ist halt die, die allererste Bank, die bei ARM 4 bestückt werden will. Ne? Diese hier. Das Board tut ja leider nichts mehr. Wegen Grafikkarte 37, 50, X-T, 3, 8, oder RTX 4090. Was lieber zum Spielen, was lieber für Fotobearbeitung. Äh, äh, Z-DAM. Ich kenne jetzt tatsächlich nur die 4090. Ich weiß nicht. 37, 50 X-T. Was soll das sein? 30, 80 gibt's. Und es gibt die 67, 50 X-T. Und die 6, 8er. Kondensatoren, bei diesem Board, ja, Schwachstelle, Aorus. Das ist das Master, ne? Das ist das X-75 Master. Und das Board wurde ja gestreichelt mit dem 58X 3D. Was da passiert ist, weiß man nicht. Das ging ja einfach von jetzt auf gleich nicht mehr, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie es gestorben ist. Schon erfolgreich verdrängt. Lötest du kaputte Bordzeile, oder? Ne. Kein Plan davon. Also man sagt immer, bei der Produktivität und so, bei der allgemeinen Anwendungsverträglichkeit, äh, ist man mit den NVIDIAs, äh, ein bisschen besser gewappnet. Wobei ich sagen muss, dass meine 3090 im Hauptsystem, äh, mich auch sehr gerne ärgert. Also, das verstehe ich nicht so ganz, was da ab und zu abgeht mit meiner Premiere und Lightroom Performance. Die ist im Moment wieder im Eimer. Dann hatte ich jetzt einen Treiber drauf, der irgendwie die Karte ständig über 100 Watt hat ziehen lassen, im Idle. Gab's wohl jetzt einen Bug in Treiber-Versionen, oder so. Absoluter Traum. Zeit dann nochmal ganz langsam. Ich möchte gerne wissen, welche Radions du da meinst. Diese Zahlen gibt es nicht. Der Vier hat ständig den 100 Watt-Bug im Idle. Ein Traum. Absoluter Traum. Ich wundere mich, warum das Ding so laut ist. Radion 6750. 6750 XT also. Finde ich, die 6750 XT hatten so einen schweren Stand, solange es die RX 6800 für unter 400 Euro gibt. Aber auch hier bleibt Produktivitätskarten, finde ich, die Nvidia ist etwas besser fürs Geld. aber Preis-Leistung insgesamt sowas wie eine RX 6800 für unter 400 Euro. Wenn man sie noch kriegt, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht mehr gecheckt, zeitnah. Ist das schon mega. Der Pony hat da vier RAM-Riegel drin. Vier RAM-Riegel sind natürlich schwierig. Sehr viel Stress für den RAM-Controller und da dann hohe Taktraten zu schaffen, wird kompliziert und dass es dann stabil ist. Wie lange braucht der dafür nicht? Ich vermute fast, dass es nicht teuer ist, als wenn man ein neues Board kauft. Ja, ist schon schade. Gerade wenn es so ein Premium-Board ist und dass es dann den Geist aufgegeben hat, ist schon ärgerlich. Aber man steckt halt manchmal nicht drin. So, Videos-Update ist durch. Ich habe schwarzen Bildschirmen. Ist schon mal gut. Woran halt hier liegen. Es ist auf jeden Fall die Dauerleihgabe von AMD. Bisschen schade drum. Weil es steckte ja im Wohnzimmer und da hat es quasi nichts zu tun gehabt. Als Streaming-Board. Gut, ich habe ab und zu mal ein bisschen Beat Saber in der VR gespielt, aber das war es dann auch. Und dann hat es ja im Racing-Rick, wenn ich mich richtig entsinne. Hat es im Racing-Rick? Ich glaube, ich glaube, ja. Ne, Laminat. So, jetzt bootet er. Konnte ich wieder nicht reagieren, ist er schon auf dem Weg ins Windows. los. Und dann ist es super schwierig, hohe Taktraten zu schaffen. Feuchtigkeit hat man in der Bude eh genug, dank dem offenen Aquarium. So, wir haben wieder 208, wir haben erfolgreich gedowngradet, dann schauen wir mal, ob er jetzt das XMP geladen kriegt. Klappt wahrscheinlich jetzt auch nicht, weil es eingebaut ist, ein anderer Kühler drauf ist, der Mond gerade anders steht und so. Aber es ist halt so, ne, fummelt zu viel mit so Komponenten rum, geht halt auch mal was kaputt, ist einfach so. Ne, X370 Taichi kaputt gegangen, jetzt bootet er. Da ist er. Hat einfach direkt geklappt. Sonst wäre ich ja nicht so so unterwegs gewesen. Ist jetzt natürlich nur ein Modul drin, aber hier, 3,5, also 7000 brutto Profil geladen. Ja, und somit, ja, 13,9 KS, 7000er, 8000er Rahmen, pfff, fährt jeden 7,8 X3D, 5,8 X3D, alles im Grunde und Boden und läuft immer. Ja. Falsches Bord erwischt, falsche, falsches BIOS, falsche, falschen Chip auf dem RAM, schlechtes Licht, falscher Winkel, vorbei. RAM ist so toll. Daher macht es halt am meisten Spaß, den Safe zu fahren. Aber trotzdem, diese Willkür, die ja in meinem Hauptsystem herrscht, mit der Performance. Ich hatte da mit diesem 100 Watt Idle Treiber auch das Problem im YouTube Monetarisierungseditor, wo man die Werbepausen bestimmt, wann die im Video kommen, war die Performance auch komplett kaputt. Die Maus war am ruckeln, das ganze Fenster war am ruckeln, wie blöd, ging nix. Das ist mit dem neuen Treiber Update fertig, weg, aber dafür läuft Leid rum jetzt wie ein Sack Nüsse und und Foto und Premiere. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es stößt nicht ab, aber es läuft halt nicht schnell. Aber ich habe das Tomb Raider, den letzten Tomb Raider Zock habe ich heute zurechtgeschnitten, habe den Chat im Nachgang wieder eingebunden ins Video, was quite nice geworden ist. So, hoffentlich bootet der jetzt auch mit zwei Modulen. Tastatur leuchtet zumindest schon mal. Nvidia Studio Treiber verwenden. Wäre vielleicht mal eine Idee, ja. Ich glaube, wir legen jetzt eine extra Runde hin. Jetzt booten wir. Ich meine, natürlich habe ich die wilde Kombination mit einer gleichzeitig in Arc drin. Kleingeld für eine 40-80 und dann der Nutzen dahinter so im Gedanken so wofür benutze ich sie denn, wenn ich eh keine modernen Spiele spiele? Dann denkst du wieder auf der einen Seite ja, für die ganzen KI-Features, die man ab und zu mal verwendet. Es gibt genau ein Grafikmodell, was sich halt für meinen Sleeper perfekt anbietet. Perfekt. Was perfekt geeignet wäre. Das ist ausgerechnet sogar eine Gigabyte. die Windforce. Wo ist sie? Die hat nämlich den High-Power-Anschluss hier. Da raus. Beziehungsweise hier. So geht er raus. Der geht hier nach hinten weg. Das heißt, genug Platz, das Kabel gescheit zu legen. Da so eine wuchtige Karte. Ich hatte hier 3090 Master in einem Sleeper schon drin. Das passt. Die Effizienz ist halt bei so einer Karte geil, aber der Preis ist halt nicht geil. Amazon hat sie auf Lager. Geh mir weg damit. Ach ja, war das RAM-Setting jetzt da? Dann stellen wir nochmal kurz die Grafikkarte ein. RAM-Setting ist da. Aber wild, ne? Letzt ein anderes Bios, zack, fertig. Also weiß der Geier, was in einem anderen Bios falsch lief, aber jetzt haben wir 48 GB, da können wir ja auch 16 GB geben. Jetzt aber richtig. Wir geben ja 8. ja, das ist so. Ja, das ist so aber zu pauschalisieren als AMD Experience. Es ist bei neuen Plattformen oft so, dass viele Limit-Features stehen und fallen mit jedem Update. ich würde generell dazu raten, sich einfach innerhalb der Spezifikationen zu bewegen, um damit Ruhe zu haben. Also nicht dieses generelle Pauschale 6000 Megatransfers CL30 ist mega geil, musst du auf jeden Fall haben. Ne, ich würde konservativ fahren. Ich möchte halt gerne mehr RAM haben als 32 GB, darum bin ich bei 64 GB bei meinem Board im Hauptsystem bei einem 5200 Megatransfers Kit gelandet, weil das das einzige ist, was offiziell unterstützt wird. Und das läuft soweit auch stressfrei. Der gehört nochmal zum Kaffee, ja, aber der Kaffee ist schon vernichtet. Kalle, grüß mir die schöne Stadt Bonn. So, Freunde, was haben wir jetzt? Was hätten wir jetzt im Angebot? Wir haben uns die Outcast-FPS vom letzten Mal nicht gemerkt, ne? Die waren unter 50, oder? in 4K. Haben wir jetzt heute nicht nochmal verifiziert, aber das wäre natürlich auch nochmal so ein spannendes Ding. Ravioli Extras! Erstmal Werbung für ominöse Spiele. Lara, Lara de la noche. So. Katasleit, du fühlst dich nicht wohl, dann fragen sie mal die Ärztin, den Arzt oder den Apotheker innen Gedönsrat. Der Text früher in der Werbung war viel leichter nachzusprechen. Bei Risiken oder Nebenwirkungen fragen sie einen Arzt oder Apotheker. Aber naja. So. 48, wie viel FPS hast du? Enthält bezahlte Werbung. Ja, ist ja auch wahr. Nein! Geh doch nicht raus! Muss ich gleich wieder Werbung gucken. So. 44 FPS in 4K. Okay. 44 FPS in 4K. Sollte jetzt mit dem wunderbaren schnellen RAM bestimmt merklich anders sein. Super Resolution müssen wir erstmal aktivieren wieder. Wenn sie Super Resolution ja natürlich Scharfzeichneneffekt ist aber auch neu jetzt in Treiber, oder? Oder ist Super Resolution wieder was anderes als Virtual Super Resolution? Super Resolution ist wieder was anderes als Virtual Super Resolution? Haben wir auch wieder was dazu gelernt. Oder halt auch nicht. Ich wollte aber Virtual Super Resolution. Weil ich virtuell 4K fahren will. Jetzt ist mein Desktop auch virtuell auf 4K gehüpft. dann machen wir mal virtuell Capframe X an und schauen virtuell an Outcast rein. Wo ist Outcast? Ich bin blind. Da. Seitenbacher. Ja. Woischkalle. Das Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher. Virtual Super Verwirrung. Virtual Super kleiner Overlay. Virtual Augen zukneifen. Virtual 37 FPS. 44 FPS. Virtual kein Performance-Unterschied. Im CPU-Limit 45. Gut. Das CPU-Limit mit dem RAM nicht großartig mitskaliert ist nicht verwunderlich. Das ist nicht weiter verwunderlich dass wir bei der CPU-Leistung nur durch schnelleren RAM pauschal nichts gewinnen. Aber wir haben es uns das wenigstens mal angeguckt. So. Was können wir als schnellstes virtuell virtualisiert haben wir noch im Kopf die 12 FPS in Quakesware RTX. So sieht es aus. Mal schauen ob es mehr als 12 sind jetzt. Wo der RAM jetzt so gepimpt wurde. Oh. Das ist ein Zugewinn. Aber irgendwie ist das Seitenformat kaputt. Das Seitenbacher. Was ist das für ein Seitenformat? Das ist 1440 mal 480. Mann. Das ist aber die falsche Auflösung. Wie kommst du denn auf so eine Auflösung Ernie? Das stimmt der RAM. Der RAM hat gesagt ich will aber die Auflösung haben. Das waren jetzt auch weniger Pixel bestimmt. Ah ja guck mal haben wir ein Bild mehr immerhin ein FPS mehr von 12 ein FPS mehr wie viel Prozent Leistung sind das? 10% Wahnsinn Ja dann speicher doch auch Quarke So Strange Brigade 8% Alter was ist mit dieser 4K Desktop Auflösung los? Genau Haupttiming ist auf CL34 Macht die CPU bestimmt super gut mit wenn wir das BIOS schon downgraden mussten Meiner gelesen ja Ja warum nicht? Ja weil es so viel Spaß macht Die 7000 sind ja gerade so irgendwie stabil laut Test Na guck mal 1000 FPS hast du gesehen 1600 FPS hatten wir Also ich erinnere mich auf jeden Fall auf dem großen Platz am Ende ist er gedroppt auf 40 oder so da waren wir knapp unter 40 irgendwie sowas sieht auf jeden Fall von den eigentlichen FPS schon stärker aus Guck mal hier in der Schlucht nahe der 80 Sturmverbrauch ist auch deutlich höher wobei ich jetzt bei Strange Big Geld beim Benchmark nicht geguckt hab aber guck mal hier auf dem Platz sind wir auf über 60 knapp drunter naja 20% wären jetzt 64 FPS 62 ja nice wir machen noch einen den 57X3D habe ich noch nicht ausgepackt ne aber das ist ein guter Plan den über Nacht laufen zu lassen das kommt natürlich auf die Menge des Speichers an und wie schnell der ist so 32 GB bei einem modernen Ryzen System kann man schon mit 3,5 Stunden rechnen ich meine ich habe auch noch ein 6000er Kit hier oder so 4x8 ist 3,6 ja auf AM4 dann noch ne kommt ungefähr hin von der Zeit her ja 62 das ist ein netter Sprung ne kann man schon mitnehmen Average Average FPS mehr wow very nice schauen wir was Lara dazu sagt so full HD hoch ohne Motion Blur Flood Motion Friends ist da glaube ich aus jawohl aber cool dass es einfach so ein Setting ist ich muss uns nur erinnern wie der Lauf der Dinge war Lara aus Tugel 1 zu Windows 11 no die GPU taktet jetzt niedriger wir haben mehr Stromverbrauch warum haben wir das weil wir so unglaublich schnell einen RAM verbaut haben dass die SOC Spannung ein wenig durch die Decke geht und das kann gut sein dass uns das jetzt ein bisschen auf den Fuß fällt was die Performance angeht hat die nicht vorhin konstant mit 2 9 getaktet wo war mein Lagerfeuer hier runter weil die CPU teilt sich natürlich ein Powerbudget so und Tomb Raider ist halt sowohl GPU als auch CPU intensiv immer vor die Wand schwimmen Kamera drehen zurück schwimmen Ja, ich meine, die APU darf sich ja schon deutlich mehr genehmigen als im Laptop. Ja, und wenn du eine SOC-Spannung drehst, dann ist der instabile Speicher nicht mehr weit. Weil er augenscheinlich erstmal stabile Speicher und dann testest du den stundenlang und dann steht der Mond ungünstig und du schaltest das Ding an und es fliegt dir um die Ohren. Gibt's schöne YouTube-Videos zu, wo Cracky im Thumbnail geschrieben hat kein Bock mehr. Genau das ist da passiert. Ich hatte das Master in meinem Sleeper drin. Jetzt fällt's mir ein. Jetzt hab ich aus Versehen einmal kurz gesoomt mit dem Bogen. Ja, ja, gut, spielbar ist das. Also man darf sich, man darf sich nicht so krass triggern lassen von von den niedrigen FPS. Es läuft halt konstant und es ist voll voll entspielbar. Das war ja auch schon beim 2400G so, wenn man den im schnellen RAM verpasst hat. Der FPS-Counter ausblenden hilft. Einfach nur spielen. Ich mein, natürlich wär's schön, wenn man ein Free-Sync-Display hat, was das Sinken erst bei 48 FPS anfängt oder so, dass man zumindest die 48 FPS schafft oder 40 FPS, irgendwie sowas. Und schon wirkt das Ganze sehr rund. Kann ich euch natürlich nicht capturen hier. Ist immer ohne Free-Sync und so. Wo dann der Monitor dynamisch die Frequenz angleicht an die Grafikkarte. Das kriegst du ja quasi in jedem Modell heutzutage. Es gibt auch so ein paar Büromonitore, die gar nichts haben. Gucken wir mal, ob das gültig war. Der eine Zoom kann natürlich den Run vielleicht kaputt gemacht haben. Ja, sieht aber gut aus. So, das war Shadow of the Tomb Raider vorher und das war's jetzt. Es ist schneller, es ist auch stärker. Es ist auf jeden Fall stärker. Aber da liegt noch Potenzial drin. Ne, ist schon ein Unterschied, ne? Ob du 38 FPS hast oder 45. Na sowas, Standbild. Das ist schon quite nice. Willkommen zurück, Kampfkauts. Und danke für den Follower, wer da gerade rein gefollowed hat. so. So. Race room haben wir hier, ne? Schauen wir mal, was der jetzt in Vulcan macht. Wir haben den Vulcan-Matchmark auch gemacht, ne? Haben wir ja. Sind das 18% Leistung oder was? Schon viel, ne? Ja, ja. Von 38 ausgehend sind 10%, sind 4 FPS. Ja. Das ist schon viel. Durch die Bank weg. Und, ja, ist halt die Frage, wie sich, wie sich das mit, mit 6000er-Modulen, äh, hält. Und ich, ich hab halt, ich hab halt echt wenig Bock. Alle, ne? Alle treten das immer breit. Diese 6000, CL30, YOLO, gib ihm. Aber ich hab schon so viel Geld verbrannt in irgendwelche RAM-Kits, die alle nicht gescheit liefen. Und da hab ich nicht Bock, nochmal Geld zu verbrennen. Das ist so. Aber es ist halt genauso, wie bei den bisherigen APUs auch. Flotter RAM hilft viel. Aber die Balance zu finden, ist natürlich nochmal die Kunst. Zurückschicken, ja. Bisschen spät dafür jetzt. Und wie schön, dass dieses 48 GB Kit mit dem alten BIOS läuft und mit dem neuen BIOS nicht. Juhu! Ja, und es kann halt auch einfach mal sein, dass der eine halt Glück gehabt hat und dann natürlich die pauschale Empfehlung ausspricht und beim nächsten läuft's nicht. Hier sollte vom Power Budget ein bisschen mehr für die Grafikkarte übrig sein. Mal gucken, ob das jetzt der Game Changer ist für die Vulcan Performance in RaceRoom oder halt nicht. Moin, moin! Habt mal eine Frage. Würde eine 30-Sitz-Ti auf dem B350 PC Mate laufen oder brauche ich da ein neues Board? Die würde darauf laufen. Kein Problem. Wie viel Euro reden wir hier, die verbrannt wurden? Zu dem Zeitpunkt haben die RAM-Kids noch 200 plus Euro gekostet. Ich kann gerne mal nachschauen, wie viel ich für den Corsair bezahlt habe. Auch wenn mir dann schlecht wird. Wenn ich alleine daran denke, dass ich 1.5 dargelassen habe für die Release-Bastel nach zu ARM5 mit dem 7950X, dem X7670X, E-Pro RS und was war noch dabei? RAM! Drecks-RAM! Kann man danach suchen, oder? Durchsucht er das nicht? Ah, schade. Ne, dann weiß ich es nicht pauschal. Ich dachte, der durchsucht alles. Schade gehofft! Meine Software kann das. Also für meinen Kingston Fury, den ich damals zum 7950X Release geholt habe, das 32 GB Kit, 6000er, CL32, 285 Euro. Alleine. die kleine CPU, 850 Tacken. Yippie! Framerate, Frametime sieht immer noch unrund aus, FPS. FPS sind besser, aber Framerate nix gut. Okay. Ja, und das ist dass ich mir die der pc kommt auch beim neuen besitzer mit expo profil an falls er so wie jetzt auf den neuesten stand bringt hätte der noch mehr fps gell sprichst du jetzt gerade von der kleinen kiste die hier vor mir steht da gibt es ja keinen besitzer der besitzer ist nicht vorhanden der ram hier läuft auf dem 780 3d von tag 1 auch die soc spannung bleibt bei auto auf 122 kingston fury 64 gig ddr5 6000 ja glückwunsch ja mit dem neuesten bios würde der ram gar nicht mehr laufen ja kein 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 video ist so falsch wie das was du gerade aufgenommen hast das ist eine lehre die ich lernen musste in oh gott wie lange machen wir schon youtube zu lang 17 jahre ne 17 jahre schon 17 jahre 17 jahre youtube leck mich am arsch get you finished so ich denke mal der benchmark durchlauf wird durchgegangen sein der wird auch etwas besser sein aber nicht besser als 3d nehmen wir die tombraider ergebnisse raus das war unser valken ergebnis vorher das ist das valken ergebnis jetzt 10 fps net das sind 20 prozent in average aber 3d 9 vorher war besser youtube ist aber schon 19 jahre alt da bist du aber spät dran ja gut man muss ja erstmal so eine entscheidung treffen ob man ein kanal ein kanal aufmacht und ihn mit inhalten füllen will oder nicht und das war eine wilde zeit ich habe jetzt die noch die halloween sendung mit matters und agefox gesucht über die ich letztens gebabbelt habe die ich dann pauschal nicht gefunden habe online die habe ich tatsächlich auf unserem daily motion kanal gefunden wie früh denn noch auch die mehr metro gameplays haja hast du auch schon entdeckt schon abo da gelassen nächste woche gibt es da wieder eine schöne battlezone ja gut durch die bastelnacht und durch die rechnerbau videos ist das ganze ja auch eskaliert und groß gegangen ja und seit stunde eins dabei nicht ja wie denn jetzt wo ist denn jetzt das capframe overlay wieder hin capframe gefressen forza motorsport ja interessiert mich so gar nicht irgendwo aber finde ich gut wenn du es gerne spielst ein bestimmtes ram setting auf dem wert ist keine ahnung das weiß ich nicht vor paar jahren wäre ja mal fast alles beendet gewesen während dem wheel of time stream moment was war denn da passiert hat der rechner abgeschmiert oder was das blue screen tango oder was ist da passiert ach ja ach ja der kanal kanal leergefegt ich erinnere mich yo 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 wegen einem video was wir neujahrstandsprache genannt haben richtig ja mach mal einen test drive aber ich habe gehört das soll grausam mit wheels sein du musst da rumfummeln noch in nöcher bis das wheel funktioniert und da habe ich schon keine lust drauf wenn das vom force feedback sich dann so anfühlt wie ein acc oder das automobilista dann kann ich es auch gleich liegen lassen neujahrsansprache ist so ein geschützter begriff weiß der geier woran es liegt und Möpse ausmalen ja wir wissen es nicht genau das wissen wir nicht ob es an Möpse ausmalen lag mal meine Möpse aus oder an dem wort neujahrsansprache es war irreführung irreführung stand da irreführender titel ja genau das war das ich muss sagen AMS 2 hat mich überhaupt nicht überzeugt Open Wheeler gefahren merkwürdiges Fahrverhalten in den Kurven Fronttriebler gefahren im Fiat Uno hat sich nicht angefühlt wie ein Fronttriebler hat mir nicht gefallen und als ich dann gesehen habe dass es einen 350 Seiten langen Thread im Forum gibt für Force Feedback Einstellungen dachte ich mir okay gut ich bin erstmal raus aber ich habe es noch nicht deinstalliert Fahrgefühl vor RaceRoom geht bei mir nix drüber wann habe ich es getestet? vor zwei Monaten oder so oder drei Monate das war nach dieser Welle wo alle die Formel die Superformel gefahren sind mit TC wo sie es alle hochgelobt haben RaceRoom hat übrigens auch Ende letzten Jahres ein neues Reifenmodell bekommen und das habe ich auch erst verflucht und ich will auch niemandem den Spaß an seiner Simulation nehmen das wäre bescheuert und ich will auch niemandem den Spaß an seiner Simulation nehmen das wäre bescheuert soll jeder seine Renn Simulation fahren wie er lustig ist mir ist es nur wichtig dass ich meine Zeit halt einfach dass ich weiß was ich kriege und wenn es sich komisch anfühlt und nicht nachvollziehbar anfühlt ob das jetzt realistischer ist oder nicht realistisch ist ich weiß es nicht keine Ahnung bin selber nie in einem GT3 Bulliden gesessen oder in einem Formel 4 Formel 3 Bulliden oder in einem 90er Formel aber wenn ich halt so eine Kraft um das Zentrum des Lenkrads schon habe was in ACC komplett fehlt das ist um das Zentrum des Lenkrads einfach tot und dann kommt out of nowhere kommt der Oversteer und du bist die ganze Zeit am rutschen und das ist was bei ACC halt gar nicht für mich geht wenn das da ist dass du so ein generelles Gewicht hast ein Gefühl hast für das Fahrzeug fährst du über eine Kuppe das Heck wird leicht du merkst diese Gewichtverlagerung im Lenkrad das fühlt sich halt einfach richtig an der ist ein bisschen fast aber das passt zu 17 Jahren YouTube okay aber wenn neu ist ein PC-Wasser der seit 17 Jahren YouTube macht steht vor seinem neuesten Projekt heute bauen wir einen PC der seit 17 Jahren läuft ohne Neustart ein Zuschauer kommentiert ist es ein Verschuldung oder eine Zeitreise der Kunden dazu bezüglich Erfahrungsberichte ProArt X670e 7950 Corsa Vengeance 6.2 hatte ich bis vor einem bestimmten AGESA Update Problem mit dem XMP auf 6.2 musste auf 6 runter nach dem Update habe ich jetzt super stabile 6.4 laufen ne Glückwunsch dazu der Gran Turismo Film fand ich hat viel vermissen lassen in dem Film wird genau einmal eine Rundenzeit erwähnt es geht um Rennen ich fand die Schauspielerbesetzung ganz gut der Film insgesamt nicht so gut allein die Akademie dieser Progress da das wurde alles einfach nur hart dargestellt und dann gab es immer wieder die gleichen Schnitte wie doch aufs Gas gelatscht wird und oh mein Gott als ob er zum ersten Mal aufs Gas getreten ist ah fand ich schwierig fand ich schwierig gibt es bessere rennbezogene Filme genau der Le Mans Film ja der ist gut Ford vs Ferrari jetzt haben wir 68 FPS ist echt krass dass es auf der APU deutlich besser geht mit D3D9 Tage des Donners kommt eh nichts drüber das stimmt vorher an die Floppensprüche schwer vor zu verfilmen ja aber man hätte halt mehr ich habe keine Ahnung das ist so dieses auch der Renningenieur du musst committen committe dich was erzählst du da committen man fährt da irgendwelche unlogischen Linien und fährt einfach außenrum dran vorbei das war halt null echtes renngeschehen null na da niente dass man den den Konkurrenten in den Fehler treibt oder so scherze das ist war halt kein richtiges renngeschehen das war einfach kacke was die sich da ausgedacht haben und dann ist die letzte Kurve von Le Mans die langgezogene rechts vom Hungaroring ja natürlich nicht gut gemacht einfach nicht gut gemacht also nichts für echte Rennfans und auch nichts für den geneigten Gran Turismo Spieler der mal zwei, drei in echt nachgebaute Strecken in Gran Turismo gefahren ist funktioniert nicht so gut für Popcorn ja wer ist der beste Rennfahrer aller Zeiten na ich natürlich Ford vs Ferrari hat mir gut gefallen ich mag Christian Bale ich mag Matt Damon auch wenn einem die Anzugsträger selber auf den Sack gehen aber dann haben sie genau alles richtig gemacht ja die ganzen Anzugsträger von Ford das ist ja das ist ja die das ist ja die Krux an diesem Film dass man Ford als Marke selber überhaupt nicht mag also auch nicht durch den Film dass Ford das durchgewunken hat dass sie so scheiße dargestellt werden wie sie halt sind ist halt so dieser dieser Zwiespalt in dem Film selber in sich aber dieses Auto ist halt so geil und was sie daraus machen ist halt geil und dass sie halt kämpfen dann gegen Ferrari und denen das dann abräumen wollen und so das ist halt total cool also der Film ist wirklich der ist einfach gut gemacht der ist einfach gut gemacht aber er ist der Rennfahrer aller Zeiten ist so eine blöde Frage einfach ja der Walter ist mega steht ja außer Frage die Geschichte von Walter ist eh so cool ah die grüßen mich alle nur weil er so schnell fährt die kenn ich alle als er da den Geistlichen da durch die Gegend kutschiert hat wie ein gestörter das war gerade Le Mans was war das ich hab die Jahreszeile nie im Kopf Le Mans 68 ich weiß nicht im Englischen heißt das Ford Ford vs Ferrari Ford vs Ferrari 66 ja siehste auch ein netter Boost und dass der Alfa Jury der beste Fahrer ist das steht ja außer Frage hatten wir noch irgendeinen Benchmark den wir gemacht haben mit dem schnelleren RAM jetzt den 3D Mark noch ne worüber ich jetzt gestolpert bin was auch ganz cool war ich glaub den 3D Mark haben wir ohne Overlay gemacht ne ähm war jetzt ein Video von Driver 61 wo er dann irgendwie 1 Million Subscriber Special hatte wo er dann einen Paul Ricard äh einem Zuschauer in ein Formel 1 Auto gesetzt hat war auch cool leider nur eine Viertelstunde lang da ist denke ich ganz schön viel Potenzial auf der Strecke geblieben was man auch cool hätte darstellen können da muss ja jeder entscheiden wie er seine Videos macht aber das war geil wo sie ein paar Testrunden im Formel 4 haben fahren lassen und dann haben die einen echten was war das ein Alpin von 2017 oder so oder ne muss noch war noch ein Brüller war auf jeden Fall noch irgendwas hochdrehendes irgendein hochdrehendes Monster das war schon geil ähm bester Rennfahrer aller Zeiten wer weiß vielleicht wär Stefan Bellow geworden wenn er nicht gestorben wär in Spa ist halt so ich find diese beste aller Zeiten The Goat und bla und blub diese Aussagen find ich halt immer so so unsinnig einen Ferrari Film hab ich nicht gesehen so Feierstreik ja gibt halt immer welche die polarisieren gibt halt welche die die vielleicht mega Naturtalente sind aber halt einfach nicht einfach nicht entdeckt werden nicht gefördert werden keine Kohle da ist und so weiter und so weiter also das ist das halt oder am falschen Auto sitzen ja Servus Dattl wir schauen uns den 87G an jetzt gerade mit etwas flotterem RAM nachdem das eine leichte Pulsaktion war den RAM wieder ans Rennen zu kriegen nachdem ich ihn eigentlich schon im Testlauf laufen hatte ein bisschen die Performance geboostet und die Leistung ist ganz ordentlich gibt ja auch Nesca und andere sehr wo total gute Fahrer sind ja sicher so dann das ist ja ein bisschen dann die die den die die sind die Kuttenmensch Und ich denke, die Megatransfers, die gehen hier auch vor allem vor die Latenz. Also das ist niedrige CL-Werte haben zumindest bisher bei den APUs nicht so den frappierenden Unterschied gemacht. Da war die Insgesamt-Bandbreite einfach wichtiger. Wie viel Cache die GPU hat, ja. Ist halt schon faszinierend, wenn man mal bedenkt, was der Firestrike damals alles gequält hat. Ich meine, klar, das ist auch schon 10 Jahre her oder noch länger her, 12 Jahre her. Firestrike, ne. AMD FX-Zeiten, da erinnere ich mich noch dran. Und jetzt hast du mit der integrierten APU, hast du halt hier schon über 30 FPS im Grafiktest. Das ist schon krass. Krass. Ah, 212er Lotus als Alpin lackiert. Danke fürs Nachschauen. Siehste, wusste ich es doch. Ich habe es nicht ganz, ganz auf der Kette gehabt. Der hat es auch erläutert, ja. Aber das war schon cool. Das war natürlich schon Crash Course Deluxe hier, ey. Toll. Jetzt habe ich doch gerade eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Screenshots automatisch gespeichert werden. Und jetzt kann ich wieder in die Aufzeichnung gucken, weil hier nichts drin ist. Was für ein Windows-Setting ist denn das, dass er das automatisch save? Was soll das? Ah. Wahrscheinlich, weil es Windows nicht aktiviert ist oder so. Naja, dann halt nicht. Gut, dann schauen wir mal an anderer Stelle weiter. Was so ganz spannend ist. Wo wir die APU halt auch noch nicht kennengelernt haben. Wir bleiben jetzt einfach mal auf den 7000. Und dann... Und dann... Schauen wir jetzt mal, was die Kurve sagt. Ob wir die Kurve kriegen. Die Temperatur ist natürlich direkt am Dach. In die Decke. Durch die Decke. Wir nehmen mal den 20er dafür. 4-6-Orcore sagt er jetzt hier. 4-6-Orcore sagt er jetzt hier. 1,38. Trünken. Ja, können wir mal machen, ne? Achso, Uhr ist nicht eingestellt. Jo. Der ist schon am Internet, aber... Windows 11 holt sich das halt nicht automatisch. Das war doch der 23er, den ich wieder im Kopf hatte, ne? Den Fehler hab ich letztes Mal schon gemacht. Aber auch hier ist der Takt natürlich sehr ähnlich. 4-6. Jo, dann zünde ich mal die zweite Wasserflasche. 2,38. 5-6. 3-4. 6-4. 5-7. 9-1. 10-4. 10-1. 10-4. 10-4. Ich habensut. 16.8 Kann ich das jetzt screenshotten? Das ist wahrscheinlich eine Einstellung für das Snipping-Tool oder so, ne? Um die Speicherung der Ausschnitte bitten. Das hört sich an, wie so ein automatisch übersetzter Scheiß auf irgendwelchen Ich-verkaufe-dir-was-ganz-tolles-Websites oder so. Ich erbitte die Speicherung der Ausschnitte. Kurka-Wodna. Oh, jetzt flucht der auch noch auf Polnisch. Ihr wisst genau, wovon ich rede. Wir müssen es jetzt nicht ausschreiben. Ist das jetzt erbittet gespeichert? Nein! Torwart! Bananarama, man! Yeah, 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 yeah! Danke fürs Abon... Snoopy! 38 ausfüllen, ja. Ich glaub's auch, ey. Aber der Ramme-Ergebnis war jetzt auch besser, ne? Aquaris! Bis zum nächsten Mal! La 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 la! Neustart! Bios-Fummeln! Oh, ganz schön warm hier oben. Hey, da kommt der V-D-Raid! Servus, Hagen und Dennis! Guck mal, was ich für ein kleines schnuckeliges Ding hab. Davon kann ich mir noch 83 in den Flur stellen. Vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Servus! Wir haben hier den ganz kleinen... Den ganz kleinen AMD Ryzen 7 8700G. Das ist jetzt die Rückseite. Wo theoretisch schon Grafikkartenschinken noch rein könnte. Der 8700G ist seines Zeichens eine APU. Die stärkste APU, die man derzeit kriegen kann. Also Prozessor mit halbwegs guter Grafik integriert. Hier sehen wir das Mini-ITX-Board. Kleinen Lüfter drauf. Und jetzt haben wir gerade, nachdem wir zwei verschiedene RAM-Sorten durchgetestet haben. Schnellerer RAM hilft viel tatsächlich bei der APU. Was die Grafikgeschwindigkeit angeht, jetzt schaue ich mir gerade den eigentlichen Prozessorteil so ein bisschen an und gucke, ob ich den noch optimieren kann. Ich hoffe, ihr habt die History-Line-Missionen gut bewältigt. Wie viele Missionen habt ihr noch vor euch? Und auch, dass das Klemmen gut gelungen ist. Und ich wünsche dem Hagen eine gute Heimreise. Ganz wichtige Dinge. Als Heizung. Ja, oben ist schon ganz schön warm. Das ist ein schnuckeliges Gehäuse, das Terra-Case. Das ist schon sehr, sehr geil. So. Überprüfen wir mal, ob das hier Auswirkungen hat. Es gibt ja CPUs, da ändert sich einfach Gornished, wenn man hierrandreht. Es gibt auch für die Grafik einen Curve-Optimizer. Auch spannend. Sowohl für die Grafik als auch für die CPU-Teile gibt es Curve-Optimizer. Wir benutzen jetzt einfach mal den CPU-Teil. Machen mal eine Magnitude von 50 ist der Maximalwert, den ich eingeben darf. Wir machen mal 10. Und das sorgt jetzt dafür, dass der Prozessor in sämtlichen Energiezuständen, wo er hat ja immer das Verhältnis, Prozessor taktet 5 GHz, braucht Spannung X. Taktet 4,9 GHz, braucht Spannung X. 4,8 Spannung X. Und der Curvenoptimierer minus 10 sorgt jetzt dafür, dass die Spannung immer einen Ticken tiefer ist. Beim gleichen Takt. So muss man sich das vorstellen. Und das sorgt dafür, Prozessor wird weniger warm, kann höher takten. Weniger warm als vorher, kann höher takten. Irgendwann hast du natürlich eine zu große Differenz dazwischen und dann ist es instabil und läuft nicht mehr. So muss man sich das vorstellen. Wer auch immer Herkelmann ist und Cracky hat es gerade mit zwei Händen erklärt. Warum wird immer Werbung für andere Menschen gemacht? Mache ich das alles so schlecht hier? Ist das Undervolting? Im weitesten Sinne ja, auch ein bisschen. Ein wenig. Durchaus kann man das auch als Undervolting beschreiben, ja. Also es ist halt, das ist der Optimierungsweg für die X3D-CPUs auf Sockel AM4, mit welchem man einfach noch mehr Leistung aus den CPUs kitzeln kann, weil man die ja so überhaupt nicht pimpen kann. Also man kann da kein anderes Taktziel angeben oder sonst sowas. So und jetzt haben wir vorhin hier die 4,6 GHz gesehen, wenn alle Kerne ausgelastet waren. Ihr habt ja ein fixes Powerbudget und auch natürlich die Temperatur, die mit rein spielt. Wir haben vorhin 4,6 GHz hier gesehen, jetzt sehen wir eher 4,7. Temperatur ist natürlich direkt im Limit, aber theoretisch mehr Megahertz. Theoretisch. Ein bisschen mehr. 17,4 ist auf jeden Fall schon mal stärker, das sind schon mal 600 Punkte mehr. Das ist ordentlich, ne. 580 3D minus 30, ja, läuft meistens ganz gut. Ich bin aber eher dann immer ein bisschen konservativer rangegangen wegen der Sicherheit. Wie das jetzt hier beim 8,7 GHz ist, habe ich halt keine Ahnung, ne. Guck mal, jetzt sind wir beim Takt aber auch wieder auf 4,6, weil die Temperatur uns eingeholt hat. Das heißt, der zweite Durchlauf wird nicht so gut sein. Würde in das Case eine Ayo passen? Ja, ich glaube, Fractal Design sieht auch für das Case theoretisch eine Ayo vor. Aber der Score ist trotzdem besser. Der Score ist trotzdem deutlich besser. 17,5. Vorher waren es 16,8. Ich glaube, vorher hatte ich Steam im Hintergrund auch laufen, aber Steam macht normalerweise nichts. Groß. Wir können ein schönes anderes Ding noch verwenden dazu, und zwar Outcast. Wie viele FPS hatten wir da? 48? Ich meine, ich hatte 48 im Kopf. kann auch sehr gut sein, ja. Stimmt, 44 hast du wohl recht, ne? 41, 46. 44, 45. verhält sich relativ ähnlich. 43, 44. Okay. Da hat sich jetzt nicht so wirklich was getan. Ja, aber der Ryzen Master fummelt im BIOS rum und das mag ich an dem überhaupt nicht. ich verstelle lieber an einer Baustelle was. Und das mag ich am Ryzen Master mal so gar nicht. Und darum lasse ich den immer außen vor. Ja, rein theoretisch kann es sehr nützlich sein, der CPU da Spannung wegzunehmen, damit es den Takt erreicht, um dann halt mehr Takt bei der GPU zu erreichen. Von daher schauen wir uns nochmal an, wie sich hier Shadow of the Truebreder verhält, wenn wir einfach nur stehen bleiben quasi. Dass wir da auch so einen Anhaltspunkt haben, wie taktet denn die GPU an der Stelle, wie viel FPS haben wir. Weil da fluktuierte ja vorher der GPU Takt deutlich. Und das macht er jetzt auch wieder. So bei 2, 6, 2, 5, 2, 6. Geht immer so ein bisschen hin und her, wird immer hin und her geschifftet, 130 Watt an der Steckdose, 44 FPS. Das ist voll witzig. Voll witzig, Udo. Der Screenshot sollte ja gespeichert worden sein. Und dann noch einen. Und da kommt kommt natürlich dann auch noch da zum Tragen, dass im Prinzip es hier auch den Curve Optimizer für die Grafik gibt. Spannend. Leider hat dein X74 keinen Curve Optimizer bekommen. Welche CPU hast du denn? Für wen eignet sich der 13900K denn überhaupt? Den hattest du doch mal am Start. Enthusiasten, die wo der Papa den Strom bezahlt und die Custom-Wasser-Kühlung schön aussieht. Man kann den natürlich auch optimieren in 13900K. Also, hallo, ich spreche nicht gegen Intel. Bin ich bescheuert oder was? Wir brauchen die Konkurrenz immer. Die Kompo denn jetzt preislich? Ich glaube, insgesamt ist das auch wieder knapp vierstellig, oder? Das Gehäuse ist nicht so billig. Aber ich habe die Wischlist immer noch nicht integriert. Ich nutze nie das Potenzial aus, das da ist. So, wir sind einfach mal ein paar Schau auf minus 20 gegangen. Mal gucken, wann es instabil wird. Das Case mal außen vor. Wie gesagt, da ist die Wischlist. Kyo hat die Wischlist am Start. Ja, die CPU kostet 300 Fuffig knapp oder so. Die ist nicht billig. So, ich lasse jetzt mal Steam an und dann machen wir noch mal hier. Hoppala. Hoppala. 2,89 für das Board, ja. Ist aber denke ich auch nicht das einfachste ITX. Ist ja immerhin schon mal der 650e. Zweiter Steckplatz auf der Rückseite. Aber ja, ARM5 ist nicht billig. Die begründen das natürlich immer mit den vielen Leitungen, mehr Schichten im PCB und PCI-Express Generation 5 und bla und blub. Aber ja, gute ITX Boards schon immer teuer gewesen. 17,7. Score hat sich nicht verändert. Ist sogar etwas schlechter geworden. vielleicht doch doch Steam im Background. Der Killer. 330 Euro. Die CPU ist aber ja CPU und Cracker. Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt auch nicht auf die Spannungen geschaut selber. Kerneffizienz ist bei 110%. Was auch immer das bedeutet. 17,7. Wir hatten vorhin 17,8, oder? Ich hab's mir nicht 100% gemerkt. Ja, ich weiß, bei dem selben Tag weniger Stromfrist, ja. Hat ich einen Screenshot gemacht? Aber das war nur bei Lara. Lara habe ich einen Screenshot gemacht. Lara net hat geit. 44 FPS und Grafikteil bei 2,6 oder so. Capframe nicht laufen. HW-Info läuft nicht. Gerade eben war's auf 44, jetzt sind wir drin am 47. Grafikteil taktet gerade viel höher. Das ist 1080p. Hohes Preset. Das freigewordene Energie Budget bei der CPU haut jetzt schon ganz gut raus. Der Mythos ist bestätigt. HW-Info offen hast mehr FPS. Das ist jetzt ein Zugewinn, weil die GPU mehr Luft zum Atmen hat. Weil wir die Minus 20 bei der CPU haben. Spannend. Jetzt ist die Frage, passiert auch beim GFX was, wenn wir den runterziehen. Aber wir probieren erstmal bei der CPU Minus 30. Oder wenn wir die CPU anderweitig einschränken, schränken wir dann automatisch die GPU mit ein. Ja, das ist das Gesamt Power Budget beim Precision Boost Overdrive für die gesamte CPU. Ja, Onboard bei der CPU dabei. Klar, SOC-Spannung hier auf 1,3. Wenn wir an der drehen würden, würden wir auch was gewinnen, Power Budget mäßig, das steht alles außer Frage, aber RAM Instabilität in 3,2,1. Das ist halt das große Problem dabei. Dieses Tuning macht bei den AMD Maschinen halt immer viel Spaß. Ist einfach so. Probieren einfach mal 30. Weiß der Geier. Der Kühler bremst uns nicht so richtig aus. Eher die Wärmeleitpaste zwischen Prozessorkern und Heatspreader. Was theoretisch für die Performance noch ein zugewinnen sein könnte, wäre eventuell ein Temperaturlimit. So blöd sich das anhört. So jetzt habe ich mir die 17 7 mal gemerkt im Kopf. Erster Run wird jetzt natürlich von den Taktraten wieder relativ durch die Decke gehen, weil CPU wieder kühl geworden ist. Atlantis, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Wie weit geht der Eidelverbrauch runter, wenn alles zu ist? Also nur reine Desktopbetriebe. Ameisestock ist eine coole Frage. Gerade jetzt mit dem schnellen RAM wird er wahrscheinlich nicht ganz so sparsam sein, wie wir es bisher erlebt haben. 17,8. Das verändert sich nicht mehr so viel. Wir machen nochmal einen Run hinten dran. Ich meine nämlich auch zu Ed Sin, als wir den 5200er RAM drin hatten, dass er dann bei Tomb Raider auch volles Budget hatte und die GPU immer komplett hochgetaktet hat. Aber dann war halt die Speicherbandbreite zu gering. Das ist ein richtiges Abwägen. Guck mal, Kerneffizienz ist jetzt bei 112%. Nochmal 2% mehr. Doppel zu schnell wie der alte 1700er. Crazy, gell? Ja. Daigaro, danke für den Prime Sub. Predator, danke dir für den Follow. Ich muss uns in Formel 1 gucken. Wird das noch auf RTL gezeigt? Frau wird mir einen Vogel zeigen. Nee? Ja, dann. Dann bin ich raus. Ähm. Die GPU-Tag steht jetzt ganz oben. Wie viel hatten wir gerade? 47, ne? Du bist zumindest der Einzige, der es immer raushängen lässt, dass du mit Autos nicht anfangen kannst. So, da sind wir jetzt festgefahren. Ja, Takt ist sehr ähnlich geblieben. Es hat sich jetzt quasi nichts mehr groß verändert. Jetzt können wir natürlich die die gleiche Kurvengeschichte mal beim GPU-Teil ausprobieren, weil ich denke, bei der CPU werden wir jetzt nichts mehr gewinnen. Bis wie viel geht es hier? Auch bis 50. Wir machen mal 10. bis 50. Wir machen jetzt Sehnsüchtig auf Formel 1. Schauen wir mal ob ihr jetzt bei der GPU mehr geht, ob da was, ob da ein merklicher Unterschied ist von 47 in irgendeine Richtung. Gefühlt ist der angezeigte Takt zumindest etwas höher, reicht aber noch nicht um da noch ein Performance Plus jetzt zu erlangen, ach guck mal da sind die zwei Neuen, die haben wir vorher nie gehittet. Wir drehen nochmal dran, ich finde das gerade eigentlich relativ spannend, man könnte dann natürlich nochmal einen Benchmark durchlaufen, Tumpelder machen oder so, optimiert quasi. Und dabei halt beobachten, inwiefern das dann noch läuft oder nicht läuft, wenn es zu spät wäre. So, ja. Der RAM hätte ja auch einfach mal funktionieren können. Ich meine gut, das hat uns eine halbe Stunde geklaut oder so, aber. wobei in Summe mit dem Eingangs BIOS Update. Komm, wir gehen auch mal bei der GFX direkt auf 30, direkt an der Vollen, das muss doch jetzt mal abstürzen, das Ding. Gibt jetzt gratis Grafikfehler. Man bekommt alles mit, ja. Blut und Morde und Verzweiflung und alles, was dazugehört. Ja, ist geil. Ich mag es auch. Also, ich finde es ähnlich wie ARG-Grafikkarten. Einfach, es ist schwierig, es nicht zu lieben. Es ist echt kompliziert, es nicht zu mögen, was die kleinen Dinger können. Der muss jetzt halt, der muss jetzt halt spack auf 2,9 laufen. Spack es mal fest im Takt. Na, verhält sich anscheinend bei der Grafik anders, ne? Ah, da ist die 2,9. Das ist schon zu viel. Das ist schon zu viel. Die hat vorhin höher getaktet. Fetter Kühler. Ich weiß nicht, ob ein fetter Kühler so viel bringt, ne? Ich denke mal, der Kühler ist von seiner Größe her völlig okay. Eigentlich müsste man die CPU köpfen. Also, ohne das Video von Roman gesehen zu haben. Ich weiß ja, wie es damals bei den Intels war. Wenn du die köpfst, dann hast du Party. Besser nur die CPU-Kurve absenken. Ja, aber bei der GPU wieder ein bisschen zurückrudern. Das war jetzt ein bisschen zu viel. 22 nehmen, weil wegen Taylor Swift. Okay, den verstehe ich nicht. Bin ich zu wenig im Pop-Geschehen drin? Zu wenig im Meme-Business. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt genommen? Wir haben jetzt 30 genommen. Ich finde es 22 super. Wir machen mal 22 bei beiden. Wobei der Dye ist ja relativ groß bei dem 8-7G. Wenn ich das richtig vor Augen habe. 21 ist die Hälfte von 42. Ah, jetzt haben wir es verkackt, ne? 27 ist die Hälfte vonatmen. Was war das? Ich habe das vier Jahre später. Ich hab die Hälfte vonatmen, bei dem 4,5-7G ist das und es nicht so schwer. Ja, minus 10 hat er die GPO höher getaktet, gell. Obwohl jetzt auch 2.8. Ist alles sehr, sehr ähnlich. Was ist so gut an Windows 11? Naja, man kann es halt länger benutzen als Windows 10. Das ist das Beste daran. Das ist das Beste. Man muss das halt mal so sehen. Ich habe ja sonst immer bei den APUs gesagt, naja, Full HD ist halt ein bisschen too much. Weil wegen RAM, Speicherbandbreite und tralala und bla und blub. Und dann haben wir ja bei Shadow of the Tomb Raider hier auch schon mit dem 2400G damals, haben wir uns so langsam in die Region oberhalb von 30 FPS gearbeitet. Und habe dann immer gesagt, ja, hier eine Auflösung reduzieren ist halt King. Details kann man eigentlich relativ gut zuschalten, weil die Grafikeinheit halt stark genug ist und bla und blub. Aber halt Speicherbandbreite reicht halt nicht für so eine Auflösung wie Full HD aus. Und jetzt sind wir einfach konsequent bei Full HD geblieben und wir kratzen hier so langsam aber sicher an dem 50 FPS und das mit hohen Details. Das ist fast schon das Niveau von einer Radeon RX 480 oder sowas. Fast. Nicht ganz. Da fehlen nochmal 30% Leistung circa. Aber es ist schon, das ist schon Respekt. Und bei keinem Stromverbrauch im Vergleich. So, wir haben jetzt mal ein 7000er Opti-Ergebnis hier. Machen wir mal ein Vergleich. Hat nichts gebracht. Nur fürs Gewissen was. Das ist halt immer das Ernüchternde dann da hinten dran, ne? Na toll. Ja, beim Esstalleranz. Guck mal hier. Ja, ja, eben. Sind die rumsteh-FPS etwa nix mehr wert? Und was machen wir? Wir machen jetzt mal. Jetzt machen wir mal das Anti-Köpf-Spray. Ähm. Ähm. Du darfst noch 75 Grad warm werden. Grafik-Curve-Optimizer nehm ich raus. Und wir lassen nur CPU drin. Ja, wahrscheinlich ja man muss auch beides balancieren. Hat die Energiespareinstellung nicht da so noch ein Wörtchen mitzureden so? Dass man das noch shiften kann oder so Scherze? Ich kann das jetzt hier auch mal gerne im Cinebench demonstrieren Da gab es auf jeden Fall so Settings und so Geschichten Wir werden das jetzt im Cinebench schön beobachten können, weil jetzt die Temperatur über alles geht. Das heißt wir haben unseren Stromverbrauch jetzt auf jeden Fall, denke ich mal gesenkt Ja, 95 Watt an der Steckdose aber halt auch Takt eingebüßt Aber dafür wird die CPU halt nicht mehr wärmer als 75 Grad von diesem berechneten Wert weil wir das im BIOS so festgelegt haben Aber guck mal, die Grafik hat 56 hier Der Grafikteil tickt tatsächlich anders Das ist spannend Aber natürlich hier jetzt Multicore Windows-Taste P kannst du das ja wechseln Aber das ist doch für Screen oder nicht? Achso, das ist mit Tandor Moin Oma! 15.8 Immer noch immer noch 5W X3D Niveau Nicht so schlecht 2000 Punkte einzubüßen Jumping back into the jungle Jetzt ist natürlich die Frage Wie warm wird er denn überhaupt in Tomb Raider? Ich meine, in Tomb Raider hat er gut zu tun Weil die 75 hitten wir wahrscheinlich gar nicht Also wahrscheinlich hat es Zero Zero Performance Impact Jetzt werden wir den Performance Impact nur haben weil ich den Grafik-Curve-Optimizer wieder wieder gestolen habe Kommt das gleiche mal raus Wir machen trotzdem nochmal einen Durchlauf so, wo nur die CPU-Curve-Optimized als Curve-Optimized wurde 4,86er habe ich hier noch nie gehabt Ich habe aber auch keinen Aber selbst reden kommen Retro-Bastelnächte Das ist immer nur eine Frage der Zeit Ich bin ja froh, dass die 8,7G-Videos gut geklickt werden Ja, Stromverbrauch ist immer noch identisch Weniger Watt können wir nur erreichen indem wir halt die Watt begrenzen Watt-Watt Da wird es halt interessant zu sehen sein inwiefern die CPU effizient bleibt wo sie wo sie die Power einbüßt runterfährt Wahrscheinlich gleichermaßen an beiden irgendwo sparen und das wird dann wahrscheinlich einen guten Impact haben Aber der Verbrauch ist ja so hoch wegen der SOC-Spannung Das ist das einfach was mit der dass sie Aber das oder eine die Actually die eine Die Anti-Köpf-Creme, ja. Aber man sieht halt auch, ne, schön wie repetitiv die Benchmarks sind, wie gut die sich rekonstruieren lassen. So, wie gut die Benchmarks sind. Wo sind die Performance auseinander hin? Die Performance ist nicht mehr da, hängt im Temperaturlimit fest. Spannend gerade. Ach, der war nicht gültig. War zu inkonsistent, ne? Da hat er Leistung dann eingebüßt, als er warm gelaufen ist. Da ist auf jeden Fall Performance fliegen gegangen. Da ist Performance fliegen gegangen, als er warm geworden ist. Watch those tracklimits, Daniel. Oh, das ist fies, ey. Rauch mir da einfach los, ist kacke. Billy! Hau rein! Ja, aber krass, dass es dann doch so einen ausgiebigen Einfluss dann hat, ne? Ich komme nicht ins BIOS rein. Good night, Alpha! Bis demnächst! Ja, ja, ich bin ja dann sogar in der Auflösung runtergegangen und dann war ja nix mehr, ne? Aber gut, der CPU 20 Grad dann da zu klauen, die sie sonst noch mehr reinballern darf, reinbuttern darf. Ja, ja, ich bin ja dann auch in der Auflösung. So, wir schießen das System jetzt ab. Ne, wir können hier nochmal gucken, äh... Oh, wir können die Loadline noch konservativer einstellen. Das ist auch immer so eine Sache, an der man ballern kann, aber... PPT-Limit war das, ne? Der ist ja mit 65 spezifiziert, oder? Mal Milli-Watt hier angeben. Milli-Vanilli. 55.000. Gab's ein einfacheres Menü? Hab ich nicht gesehen. 30 Watt, wo wir jetzt sind, dann haben wir einen Rock-Ali. 3 Uhr aber vor allem. Ah, da fallen die Augen langsam auch zu. Da macht es schon Spaß, mit dem Ding zu spielen, das steht alles aus der Frage. Dicke Grafikkarte nochmal daneben klatschen und zu Scherze. Wären sicherlich auch nochmal coole Experimente, die man anstreben könnte. Cutter Slate, was sagen wir dazu? Gefällt euch, gefällt dir das? Immer noch 42, 43 FPS. 100 Watt an der Steckdose, okay. Soll ich jetzt 55.000, ich hab eigentlich 55 Watt eingegeben, gell? Auch wieder spannend. Vor einem 12 Stunden Low Rating Split, immer 147 Incident Points, nie schlecht. Da ist ja ordentlich was los. Oh, neue Stelle. Neue Stelle, neue Wellen. Aber jetzt nur 100 Watt an der Steckdose. GPU läuft auch nur auf 2 GHz. Ja, aber es ist auch eine andere Stelle jetzt, ne? Sie stand doch vor dem Baumstamm, oder wie war das? Wo war denn dieser Baumstamm? Hier war doch eigentlich der Speicherstand, oder? So irgendwie, oder? Ne. So? Ich weiß es nicht. Warte mal, wir machen mal einen Single Run. Wuppala. Hallo? Was hab ich denn jetzt gemacht? Irgendwie einen neuen Desktop initiiert. Ne, find ich auch gerade beachtlich. Passiert noch was, ne? Mit der GPU. Das war auch damals beim 2.4 G so. Da kommt man die GPU ja auch, dann durch erhöhte SOC Spanung und den ganzen Klimbim konnte man da auch noch ordentlich Megahertz draufklatschen. Das hat aber nur so ein i-Tüpfelchen Leistung ausgemacht. Also nicht wirklich viel. Im Verhältnis zum eigentlichen Speichertakt hat es quasi nichts ausgemacht. Da nur auf den GPU-Takt zu gehen. Dann sollten wir jetzt auch, wenn ich auf 1600 mal gehe, hier einen Unterschied sehen. Und guck mal, die CPU bleibt jetzt unter 70 Grad. Ein deutlich besserer Ansatz, das so zu machen. 50 FPS. Deutlich besserer Ansatz. Mit so einem Limit zu arbeiten. Falls man seine CPU nicht köpfen will und bla und blub und dies und das. 69 ist tipptopp, ja. Kann man sich nichts schöneres vorstellen. Und 1600 mal 900 sieht nicht scheiße aus. Ich weiß, es gibt genug Leute, die sagen, unter der Auflösung und maximale Teile ist da. Da kann ich alles in der Pfeife rauchen. Braucht 90 FPS in Tomb Raider. Wenn du sowas auf dem TV schmeißt und dann dreieinhalb Meter weit weg sitzt mit dem Gamepad in der Hand, das ist schon ziemlich gut. Genau, Konsolenheim. Geheimrezept, ja. Guck mal hier, das ist unser power-reduziertes Ding. Zwei FPS haben wir nur eingebüßt. Aber dafür 30 Watt weniger an der Steckdose. Halleluja. Und das war vorher mit dem 5.2er RAM. Das ist schon wild, ne? Das ist schon wild. Was war der 90er Durchlauf? Ja, genau. Die 4090er, ja. Daran erinnert das. Das stimmt schon. Genau, ich wollte mal in die Energieeinstellung gucken, ob da irgendwelche Optionen sind. Das ist auch so eine Sache, die mich interessiert. Einfach mal durchklicken, einfach mal gucken. Hier ist der AMD Power Slider. Aber da gibt es halt nur höhere Leistung, optimale Leistung, höhere Akkubetriebsdauer. Aber was der Power Slider dann da macht, das weiß man halt auch nicht. Das weiß nur AMD. Oder ein Ingenieur weiß das. Ich will lieber selber ein 8.7 mit einem Asus TUF Plus zu holen, ja. Ich wünsche dir natürlich, ich hätte auch mal irgendwie andere Titel jetzt so am Start und so, aber ja, geht da genug Leute, die dann da auch mal hier Dingens getestet haben. So ist die Cyberpunk oder so. Ich finde Shadow of the Tomb Raider ist immer noch ein relativ repräsentatives Spiel, auch wenn es natürlich auch schon seine Jahrzehnte auf dem Buckele hat, gefühlt. Aber es ist immer noch ein insgesamt gut auslastendes Spiel, technisch halt gut gemacht. Brauchst sowohl CPU-Power als auch GPU-Power. Und halt reine GPU-Power so ein bisschen abzubilden, kann man sich dann schon relativ guten Reihen drauf machen. Und jetzt sind wir hier in 1600. Machen wir nochmal einen Durchlauf in Full HD. Na, wird aufs gleiche Ball rauskommen. In GTA nicht immer so ein Krampf wäre, das ans Laufen zu kriegen und zu installieren und so. Ja, ich meine gerne, wer hier sich irgendwie die Aufzeichnung gibt auf YouTube oder so und an irgendwelchen Titeln noch Interesse hat, kann sie gerne mal als Kommentar hinterlegen, da habe ich kein Problem mit. Gucken wir nochmal hier. Power Slider, Modifikation, ob sich irgendwas geändert hat. Nein. Alles Messtoleranz. Die Minimum-FPS waren jetzt etwas besser. Aber ob das was damit zu tun hat? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist schon ganz spannend. Das ist schon ganz spannend. Eine neue Leistungsdimension mit Super Resolution. Ah, okay. Vielleicht repräsentativ die Minimum-FPS etwas besser. Läuft denn da noch Outcast besser? Nein, läuft gar nicht mehr, weil Tomb Raider noch läuft. Der Cap-Frame wieder zu. Tomb Raider läuft immer noch. Lara, geh jetzt. Tschö, Lara. Hauptsache, man kann Tomb Raider Remastered in 4K spielen. Das ist aber kein 4K. Warum war das Overlay so groß? Kerne deaktivieren können wir noch mal nachschauen. Ich glaube nicht. 45, 44, ja. 45. 46. Ui. Performt identisch. Steppen. Oberflächentemperatur der Laptop-Unterseite. Okay. Ja, ich kann mir da jetzt keinen so richtigen Reim drauf machen. Aber gut, ja. Backs halt, ne. Backen Sie mal. Wo wäre das denn? STM-Control, da kann man halt SMT abschalten. SMT, ich hab SS. Custom P-States, C-State-Control, Tango, aber keine Kerne. Und dann, da kann ich das mal nachschauen. eco modus h-series opn system konfig 4 35 watt prompten 21 hier kannst du nur custom p-sales machen performance preset es gibt pbo enabled curve optimizer temp limits mit curve optimizer dabei direkt als vorlage hier kann man auch noch mal smt abschalten aber keine einzelnen kein einzelnes kerne tango vielen dank vom vordergrund aber gut dass wir geguckt haben oh hier vielleicht hier doch eins ist an machen wir mal zwei aus jetzt optimieren wir uns im wolf jetzt haben wir ein 6 kerner draus gemacht um vielleicht der grafikkarte mehr luft zu geben aber tombrailer braucht halt auch viele kerne es ist schwierig haben wir jetzt ein 6 kerner draus gemacht nope hat nicht geklappt schade hat da sich nicht drum geschert irgendwas hat auch gerade nicht gepasst ich glaube ich hätte noch so ein set befehl machen müssen ich glaube der macht nämlich den neustart direkt aus diesem menü hinaus ich glaube ich habe da gerade einen falschen fehler gemacht mal gucken ob ich das noch mal finde hier genau da müssen wir nämlich apply machen so 1 1 1 1 1 0 0 apply und buff legend willi schmidt dankeschön danke für den primes up wup wup so kurze pinke pause dann sehen wir ob wir sechs kerne haben sooo talk to me boy hat sich auf jeden fall zeit gelassen beim neustart wenn du so ein essentielles setting veränderst so cpu z talk to me kyu hau rein good night da ist er sechs kerne yay und nun? ich weiß nicht ob sich das ausgeht in tomb raider bin ich ganz ehrlich das weiß ich nicht wenn sowas durch strange brigade vielleicht aber tomb raider könnte es ein zweischneidiges schwert sein ja so weit alles ganz cool jetzt haben alle kerne 9 gigahertz ja auch ein bisschen in den letzten zügen wir haben uns ausgiebig den 8 7g angeschaut haben wir gebenchmarkt und jetzt sind wir gerade so ein bisschen am optimierungsausprobieren um einfach eine idee zu haben mit schnelleren ram drin der ganz schön viel performance gebracht hat jetzt haben wir gerade spaß haben wir mal zwei kerne deaktiviert um der grafikkarte mehr leistungsbudget zu spendieren in der theorie haben wir jetzt nur keinen vorher performance wert an der stelle oder? 44,45 fps taktum von der gpu sieht sehr ähnlich aus stromverbrauch an der steckdose sowieso ich kann mir einfach gut vorstellen dass der jetzt einfach mit den sechs kernen halt auch dann entsprechend leistung einfach zieht und das ähnlich gewichtet und wird dadurch dann da am gpu teil keinen gewinn haben weil halt trotzdem die cpu leistung in dem moment benötigt wird das ist das ist das ist das ist schau mal das benchmark ergebnis an ich lese ich lese sofort deine frage durch ich glaube das ist ich glaube das ist so come on absolut mess toleranz also da hat sich jetzt nicht so viel getan ich lass die cpu noch mal frei drehen dann gucken wir noch mal ich habe eine frage ich kann mich hier entscheiden welche grafikkarte solltet ihr ich habe im moment die 4060 ti von nvidia im auge zumal diese weniger strom braucht wie die amd karte welche kannst du empfehlen preis von der 4060 ti befindet ich finde die 4060 ob es jetzt die ti ist oder die normale 60er finde ich preislich relativ uninteressant ich finde die nvidia es werden erst spannend ab der 4070 da bieten die halt auch leistung fürs geld und ähm finde in dem bereich dann eigentlich ähm die amd karten spannender auch wenn sie natürlich letzten endes äh hungriger an der steckdose sind aber du bekommst halt deutlich mehr leistung fürs geld mit mit einer rx 6800 ist zwar die alte generation aber die ich weiß nicht ob es die aktuell im abverkauf noch gibt äh aber für unter 400 euro für 377 oder so war sonst immer die xfx das xfx modell und die karte ist für sich gesehen auch relativ effizient natürlich braucht die mehr strom als die 4060 da brauchen wir nicht drüber reden und hat auch schlechtere raytracing leistung als die 4060 aber sie hat 16 gb bildspeicher was ja nur die ganz große ti hat der 4060er die auch teurer ist auf jeden fall und halt wesentlich mehr netto leistung also du hast halt durch die bank weg in den titeln mehr power dahinter aber keine ahnung ob es die noch gibt ist halt so quasi so verkaufen bis weg das weiß ich nicht ob das mittlerweile drops ist der gelutscht ist aber ne ist noch 389 hier die xfx ist eine relativ lange karte man braucht ein bisschen platz im gehäuse aber die 68er ist für die kohle halt mega nice also ich finde die 4060 ti ist einfach überzogen vom kostenfaktor her das ist dann hier die 8 gb variante ne für das geld ja 8 gb variante kostet das gleiche und dann für die 16 gb 460 ist schon fies ist schon fies was halt schön natürlich an der ist die hat av1 enkodierung ne videoencoder dabei den bekommst du sonst nur in der preisregion bei intel arc aber für meine begriffe erst ab 40 70 ist halt richtig spaß in der bude aber dann 539 ja ist halt nochmal ein deutlicher aufschlag ne ja ich finde die 68er ist ist geil in der preisregion was kostet die 7660 die gab es jetzt auch als 16 gb variante ne 350 das ist halt ein no brainer die hat halt netto netto leistung ist das halt ähnlich mau wie wie die 4060 ich weiß nicht ob es youtube videos dazu gibt bestimmt irgendwer wird youtube videos gemacht haben ob man die da ob man denen natürlich glauben kann sei mal dahingestellt aber hier ja hat einer natürlich 15 spiele getestet 40 60 ti gegen 68 mit dem 7 8x 3d angeblich okay ja die leute haben einfach zu viel zeit und wir müssen werbung gucken 379 also quasi gleich wie die 8g version der 40 60 ti 17 werbung gucken na ich bin halt nicht angemeldet so last of us hier haste 81 fps da haste 68 jada survivor hier haste 92 da haste 75 sind einfach nur momentaufnahmen ne god of war 124 92 hogwarts legacy 180 180 es ist gleiches geld call of duty werbung gucken also es wird sich durchziehen ja sie braucht mehr strom aber sie ist bei weitem nicht so hungrig wie 6 8xt oder 7 8xt oder sowas was ja auch wieder eine andere preisregion also wie gesagt Nvidia ab 40 70 bin ich voll bei dir aber davor finde ich die Nvidia karten alle uninteressant alle zu teuer also ich meine dass generell grafikkarten zu teuer sind für kohle das steht außer frage aber die die der markt hat sich halt einfach so entwickelt es ist einfach so wie es ist da kannst du nichts dran ändern aber komm mal hier in call of duty sind jetzt hier an der stelle da einfach mal 50 bilder mehr in dem moment und das ist halt diese rohleistung die du halt einfach mit der karte hast und ich denke schon dass der benchmark relativ legit ist 16 gigabyte bei neu kauf in der preisregion wenn man bereit ist für die grafikkarte knapp 400 euro auszugeben ist schon muss steht außer frage und wenn es jetzt akut ist wie gesagt wäre mein tipp auf jeden fall eine 6 8 noch zu holen für unter 400 euro ist das das coolste und darüber rtx 40 70 40 70 super radeon rx 78 xt die 77 xt ist auch zu teuer fürs geld die hat 16 gigabyte ja das xfx modell so wir wollten noch mal gucken was tombrader sagt mit freidrehender 6 kern cpu ja war teurer oder die 77 xt ist im verhältnis gegenüber der 78 xt halt nur 50 euro günstiger aber halt deutlich langsamer also es macht es auch eine sehr unattraktive karte genau wie die 67 xt gegenüber der 68 xt 77 xt geht bei über 400 euro los ne sapphire 419 euro gut die hat den a4 1 encoder aber die hat nur 12 gg ja hat sich preislich bis hier normalisiert ja ist auch interessant aber finde ich nicht so cool bin ich die 68 xt ist halt der tipp ist aber eine große karte musst du beachten ob du platzunggehäuse hast netzteil voraussetzung ist natürlich auch ein bisschen da aber eine 68 xt kriegen wir noch sehr gut gehandelt so tombrader ich muss ins bett jetzt geht wieder auf vier uhr los jetzt jetzt reicht es auch langsam letzter test des abends ja die 40 60er serie ob es die ti ist ob mit 8 oder 16 ist einfach nur feature blender wir haben dlss wir haben frame generation tralala wir haben eine super raytracing performance in anführungszeichen feature blender deluxe selbst die 3060 ti ist eine schnellere karte die netto leistung der 3060 ti ist besser und guck mal jetzt geht die rechnung auf die grafikkarte wird besser ausgelastet wir haben 46 fps wir hatten auch schon 47 ne es kommt auf selber raus genau das ist die das ist die genau das ist halt dieser riesen riesen restbestand ist es ein abverkauf es ist ein alter chip in anführungszeichen aber feature mäßig ist der state of the art bis heute auf den av1 videoencoder wenn du reinrassig zockst ist das zur zeit meist der fps fürs geld die du kriegen kannst im verhältnis gesehen das ist schon tipptopp aber ist halt mein tipp ne aber gerade wenn du es mit einer 40 60 ti vergleichst da nicht für gern geschehen normale 30 60 ist auch ganz nett sicherlich steht außer frage da würde ich wahrscheinlich aber eine arg vorziehen ich finde es trotzdem irgendwie interessant euch beim diskutieren zu lauschen guten nacht lisa mit welchen streams von mir kannst du denn am allermeisten anfangen würde mich mal interessieren haben wir jetzt hier noch ein ergebnis so sechs kerner freidrehend 46 fps sechs kerner limitiert 43 fps 7000er ram guck mal sechs kerner hier ich meine messtoleranz ja aber wir haben noch 0,4 fps irgendwo gefunden ja gut mit acht lanes die ist halt ein dünnes speicher interface das ist halt ein kleiner chip natürlich ist sie effizienter das steht außer frage wenn man nur strom sparen will aber auch dann tut das geld halt weh dann würde ich sagen nimm lieber trotzdem ein bisschen mehr geld in der hand und hole eine 40 70 wenn du einfach die effizienteste karte haben willst dann ist die 40 70 wiederum interessant das steht außer frage da sind die 12 gigabyte so ein kleines dorn im auge wenn man bedenkt dass man über 500 euro für die grafikkarte da lässt aber ja momentan two brainer du machst das stream sehr gerne aber dein racing stream ist auch immer cool nice ja spätestens mittwoch geht es damit auf jeden fall weiter so wie sie sehen da geht was da geht was mit der apu das war hier 5200 megatransfers 7000 megatransfers geht ganz gut ich denke mal ich werde für mich aus spaß an der freude nochmal die 6000 irgendwo dazwischen halten und dann mal so ein allgemeines video mal aufnehmen dass das ein bisschen kürzer zusammenfasst was so damit geht was so damit nicht geht die raceroom eigenheit hat mich überrascht dass es mit walken langsamer ist als mit 3d habe ich jetzt zum allerersten mal in raceroom gesehen aber siehste mal man lernt nie aus der cpu teil ist ja relativ potent man muss immer noch bedenken es ist ein notebook chip amd will viel geld für die apu aber sie kann auch relativ viel ja das stimmt wenn du 7 8x 3d hast das ist schon eine geile cpu und wenn du bei der grafikkarte vernunft walten lassen willst ich denke mit der 6 8er wirst du auch deinen spaß haben ich weiß natürlich in welchem muni was für eine auflösung spielst du 1440p würde ich jetzt vermuten keine ahnung aber treiber mäßig bist du damit noch gut gerüstet das wird von amd alles noch supported gescheit und damit hat man dann spaß ich habe mich damals so mega geärgert dass die kurz danach die super gebracht haben war nicht okay von denen von der 70er oh ja und da war ja auch ein unterschied von der 70 auf die super war ja ein ganz guter leistungssprung nochmal das war auch so kurios bei jetzt den super releases aber ja es ist halt wie es ist okay freunde ich denke mal du spielst nur in full ad ah dann ist das doch tipptopp das funktioniert ja wirklich ist nur kühler und schneller ja wobei der wobei man vom 37x sagen muss der kommt halt auch schon nach hause zu dir sehr schön schön das ist eine sehr ausgewogene cpu ne der 37x ist schön ausgewogen aber ein bisschen was geht bei den 3000ern waren auch schon bei den Dingern die mehr Kerne haben so 3950x der 16 Kerner und so der hat auch undervolting schön harmoniert hat da viel viel draus gemacht und äh es gibt halt immer diese Komponenten die halt von Haus aus schon schön ausgewogen sind das trifft auf die X3Ds natürlich zu wo man nochmal ein bisschen Quäntchen optimieren kann der 87G kommt von Haus aus ja auch schon sehr sehr schön natürlich wird er ein bisschen warm besser kühlen durch Köpfen und Tango das kann man wahrscheinlich noch machen ähm die X3Ds laufen toll aber dann gibt es halt natürlich die Komponenten so bei auch bei CPUs bei AMD die X Varianten 7950x läuft halt einfach gegen die Wand Hauptsache dicker Score und am Ende kannst du die CPU aber so krass optimieren sparst irgendwie unterlast 80 Watt an der Steckdose und das Ding rendert nur 3 Minuten langsamer wenn wir jetzt von 30 Minuten ausgehen so dass sich das einfach nur komplett rechnet das Ding nochmal zu optimieren ja Köpfen Liquid Metal muss man mal gucken ob ich den Schritt gehe ob ich da Spaß dran hab Bock drauf hab ob es erlaubt ist ja aber ihr müsst immer ausprobieren ähm Undervolting und so ist halt immer ein zweischneidiges Schwert weil der Prozessor wechselt ja auch ständig seine Lastzustände und es kann immer sein dass irgendein Lastzustand der gar nicht mal der Vollauslastungszustand ist so wie Cinebench sondern so so ein Mittelding dazwischen so was vielleicht bei YouTube Video Wiedergabe anliegt dass das nicht stabil ist sondern schmiert euch die Kiste weg von daher kann ich mal sagen zu verifizieren ob sowas stabil läuft am besten benutzen aufmerksam benutzen wenn irgendwas unrund läuft immer dran denken ah ich hab ja Undervolting gemacht und dann rudert man vielleicht ein paar Schritte zurück wieder in Richtung Normalzustand und probiert es wieder daher sind so Dinge wie dieses Power Limit setzen fix zu setzen den 3.7x kann man zum Beispiel auch im BIOS im Eco Modus auf 45 Watt begrenzen das ist auch eine Option die man machen kann wenn wir sagen die CPU ist ja schön und gut die Leistung brauche ich gar nicht unbedingt wäre noch cooler wenn er noch ein bisschen effizienter läuft dann aktiviert man im BIOS den Eco Modus unter dem Arm die Overclocking und sagt 45 Watt und ab dafür und dann läuft er von sich aus das ist effizienter kann man auch machen so genalt schon kein Renner Köpfen bringt dann nicht viel mein Risiko wäre mir zu groß du findest den nicht gut die CPU oder was die APU ich mein klar er taktet dann ein bisschen höher du hast dann mehr CPU Leistung bei Grafikeinheit wirst du wahrscheinlich nicht mehr so viel gewinnen aber ist halt ganz nett ganz nice to have ok Freunde wir verstanden jetzt keine Diskussion was das angeht ich sage jetzt mal tschüss an die Aufzeichnungszusäher es ist fast eine 6 Stunden fast eine 5,5 Stunden Aufzeichnung geworden Weltklasse ich kann keine Benchmarks erstmal sehen ich wünsche euch einen schönen Sonntag und viel Spaß bei Formel 1 und so bye bye